Hallo, wir präsentieren euch heute die 40 besten Filme und Serien aus 2022 und während dieses Podcasts werden wir immer zu dritt sprechen. Wir sind jetzt auch gerade zu dritt hier. Hallo Alper, hallo Marius. Hallo Jonas. Wunderschön, wie du den Podcast begann. Hallo. Hallo. Hallöle. Und genau, wir werden über die Filme und Serien sprechen. Wir haben aber auch noch zwei Gäste da, beziehungsweise unsere zwei Ko-Moderatorinnen Gäste. Lenny und Xenia, die werden wir dann auch auswechseln. Also wir werden immer... Die werden wir auswechseln. Durchwechseln. Also wir sprechen über die besten Filme und Serien des Jahres und zwar in allen Konstellationen, die unser Fünfer-Team hier zu bieten hat. Genau, zehn. Ich hab mich wie Zach Galafniakis in Hangover gefühlt, wenn er dann plötzlich so rechnet und wenn er dann die Karten zählt. Muss man dann, ist das korrekt, dass man dann einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf rechnen muss oder ist das falsch? Nee, das ist falsch. Ich hab keine Ahnung, ich hab irgendwie Excel-Tabellen genommen und hab das alles so... Das kann auch gar nicht sein. Nee, es ist fünf plus vier plus drei plus zwei plus eins, ne? Oh, das ist so richtig... Aber dann sind es nicht zehn. Ich hab keine Ahnung, ich bin schlecht in Mathe. Gute Schulaufgabe. Auf jeden Fall. Für alle Mathematiker da draußen und Mathematikerinnen sind gerade entsetzt, aber es tut mir leid. Alle anderen sind einfach nur verwirrt. Ja, ich auch. Ja, wir haben einige Highlights für euch mit dabei, über die wir teilweise gar nicht so viel gesprochen haben. Beziehungsweise gibt's auch Filme, die wir dann irgendwie viel später erst gesehen haben und dann noch gar nicht im Podcast bequatscht haben. Zum Beispiel so Sachen wie The Woman King, King Richard, The Bear und natürlich The Batman, Better Call Saul und House of the Dragon. Alles ist natürlich auch mit dabei. Ja. Und ja, wir sind da. Ich bin gespannt auf heute, was ihr da so alles mitgebracht habt, ja. Nee, ich bin nicht gespannt, ich weiß nicht, was alles kommt. Und ihr hört einen Podcast von Funk. Das müssen wir sagen. Ja. Wir werden sonst... Pflicht. Gefoltert. Ja. Womit starten wir, Jonas? In dieser Dreierkonstellation. Du hast eine schöne Liste mitgebracht mit wunderschönen Filmen und Serien. Womit starten wir? Sollen wir direkt mit einem der großen Highlights dieses Jahr starten? Ja, bitte im absoluten Schnelldurchlauf, weil wir haben The Batman wirklich auf diesem Kanal, in diesem Podcast schon, ich glaube, siebentausend Mal besprochen. Wir haben eine Kritik gemacht, wir haben einen Podcast gemacht, wir haben alle anderen Filme besprochen, wir haben einen, ich habe gesehen, wir haben ja auch einen direkt aus dem Kino-Video aufgenommen. Und tausende Specials und was weiß ich auch in unserem frühen Unternehmen gemacht. Nur so viel sei gesagt, bei euch beiden, bei dir und bei Marius war der auf Platz 1, bei mir auf Platz 2. Also so sehr haben wir diesen Film tatsächlich gefeiert und ich würde sagen, wir verlinken einfach die Kritik von uns, die ja irgendwie 15 Minuten lang war oder irgendwie sowas. Da habe ich persönlich alles gesagt, was ich sagen möchte dazu. Ja, wir haben auch letzte Woche sehr ausführlich schon mal drüber geredet, bei unserer großen Jahresrück-Show. Da haben wir auch sehr viel über The Batman geredet. Ja. Aber es ist ein geiler Film. Es ist ein toller Film, ich habe den auch vor zwei Wochen nochmal auf Blu-ray geschaut und ich war ähnlich begeistert wie im Kino. Auch wenn es im Kino natürlich noch ein Stückchen geiler ist eigentlich. Ich habe mir direkt die Blu-ray von dir geliehen und will den jetzt auch. Ja, genau nur zum Hintergrund für euch da draußen. Wir haben so intern so jeweils so eine Top- und Flopliste gemacht zu Filmen und zu Serien und deshalb sagen wir auch zwischendurch immer so, der war bei Top 1 bei Marius und mir und auch bei Top 2 bei Alper zum Beispiel. Ja, ich glaube, das kann man sich denken. Vielleicht denken auch alle, dass du voll das Brain bist, dass du alles in deinem Kopf gespeichert hast. Ja, aber Jonas, Marius, so wie ich die einschätze, ich als Mentalist. Das ist Top 1, das ist Top 1. Wollen wir zum nächsten Film übergehen? Ich will noch eine Serie empfehlen, die hier nicht draufsteht. What? Nur weil ich gerade an Mentalisten gedacht habe, Fool Us, ich bin wieder komplett im Fool Us-Rausch. Kennt ihr das? Du hast schon drüber gesprochen, du hast mich auch ein bisschen angesteckt. Ich liebe es, ich liebe es. Ja, das ist eine Penn & Teller. Zwei Magier, zwei Zauberer, die seit Jahrzehnten in Las Vegas tätig sind und zu den besten Magiern der Welt zählen. Im Hollywood der Zauberer. Im Hollywood der Zauberer. Die haben halt so eine Show, da kommen halt Zauberer aus der ganzen Welt her und es geht darum, dass die ausgetrickst werden. Die versuchen dann raus, wie der Trick funktioniert. Ich will gar nicht so lange jetzt hier den Podcast derailen, aber ich bin wieder komplett im Fieber. Es macht Spaß. Das kann man auch nicht so gut in so Häppchen anschauen, wenn man gerade irgendwas isst. Weil es auch auf YouTube ist. Ich würde gerne sehen, wie du nächstes Jahr das Jahr bei deinem Zaubertrick eröffnest. Sehr gerne. Das wäre schön. Wir kommen zu einem etwas ruhigeren Werk. Der auch bezaubernd ist. Der ist sehr bezaubernd, eine gute Überleitung. Come on, come on. Mit Joaquin Phoenix. Lief dieses Jahr im Kino. Und ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Film über einen Mann, der eine Radiosendung hat und seinen Neffen quasi so begleitet, dann durch den Alltag und so. Babysittet. Babysittet, genau. Weil die Mutter es verhindert. Verhindert, genau. Und er passt ein bisschen auf. Und die nähern sich so ein bisschen an. Er ist ein bisschen distanzierter am Anfang. Und dann kommt eine wunderschöne Freundschaft, wird er raus. Er kommt mitten aus einer Trennung. Ist in so einem sehr schwierigen State of Mind, wie man so schön sagt. Und der Film hat eigentlich das komplette Potenzial, ein Rührstück zu werden. Ist er aber zum Glück nicht geworden. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ein wunderschönes Werk und wunderschön Schwarz-Weiß. Das Kind ist großartig. Schauspieler, ich war wirklich sehr begeistert von diesem Kind, das wie alt ist. Neun oder zehn oder sowas, würde ich jetzt schätzen. Ich weiß es auch nicht mehr. 30. Und ich fand den Film auch sehr toll. Ich kann aber auch vollkommen verstehen, wenn Menschen diesen Film sehen und sagen, also irgendwie passiert da nichts und es interessiert mich nicht und was soll mir der Film sagen. Ich fand den toll. Es gibt vor allem diese Versatzstücke, diese Essays, die da immer wieder so hineingewoben werden, die aus dem Nichts kommen, dann auch sogar mit Titeln eingeführt werden. Ich fand den, mich hat der auch berührt tatsächlich. Ja, einfach so ein kleiner, unaufgeregter, süßer Film. Total. Wir haben das dann auch gesehen. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Wir waren zusammen im Kino, also in einem relativ kleinen Kino und das war halt so in der Atmosphäre auch super. Ja, hat echt Spaß gemacht. Wir haben schon mal Stadt, Land, Fluss gespielt und haben da immer, wir machen ja immer so besondere Kategorien und einmal hatten wir sowas wie süßer Film. Das ist immer so die Frage, was ist denn süßer Film? Aber come on, come on, ist ein süßer Film. Ist ein süßer Film, ja, stimme ich zu. Ja, total. Was haben wir als nächstes auf der Liste? Wieder was mit Kartentricks. Und wem der überhaupt nicht süß ist. Der ist sowas von gar nicht süß, nämlich The Card Counter. Ja, bin ich der Einzige hier, der The Card Counter gesehen hat? Nee, Alper, das steht immer dabei, wer das gesehen hat. Jonas hat den auch gesehen. Ich hab den auch gesehen. Ach so, tut mir leid, jetzt hab ich's verstehen. Okay, Jonas, was ist The Card Counter? Genau, in The Card Counter spielt der liebe Oscar Isaac einen Kartenzähler, der durch die ganzen USA reist und in verschiedenen Casinos Kartenzählt. und davon lebt, aber er gewinnt halt immer. Nein, der ist ja vor allem Pokerspieler. Ja, genau. Das stimmt natürlich auch. Ich stell mir grad vor, wie der so ein Typ ist, der die Inventur macht und wirklich alle Karten durchzählt. Ja, das denke ich vollständig. Aber er macht immer so relativ kleine Gewinne, um auch nicht zu groß aufzufallen und so ein bisschen unter dem Radar zu fliegen. Genau, das ist so die Basis dessen, wie er sein Geld verdient. Aber tatsächlich ist er auch ein hervorragender Pokerspieler und beginnt dann eine Karriere als professioneller Pokerspieler. Das spielt sich tatsächlich in diesen ganzen Casinos ab. Es geht aber auch sehr viel um die Geschichte dieses Mannes. Das Spannende ist nämlich, das klingt jetzt, ja, dann ist das halt irgendwie so ein Film, keine Ahnung, wie, wie heißt der? Wie heißt der? 21. 21 zum Beispiel. Aber gar nicht. Das fängt auch schon damit an, dass der in ein Motel einzieht und alle Gegenstände in diesem Motel in Tücher einwickelt. Ja. Und das Bett, die Couch, den Tisch, alles, ja. Und man merkt, dass dieser Mann in irgendeiner Form ein Trauma verarbeitet. Man weiß aber nicht genau was, bis er halt auf einen Mann trifft. Also man weiß, dass er mal Militär war allerdings, in der US Military. Und er trifft auf einen Mann, der gespielt wird von Willem Dafoe. Und die beiden haben eine gemeinsame Geschichte. Und es wird tatsächlich sehr existenziell und sehr brutal. Ja. Also das ist auch so ein Film, ich finde, das ist so ein Film, du hast keine Ahnung, wo der hinführt. Du denkst erst mal so, okay, das ist halt so irgendwie so ein Film, der spielt in Las Vegas und keine Ahnung, in diesen ganzen Spielparadiesen. Spielhellen. Genau. Und dann geht's darum, ja, das ist dann so eine Geschichte von so jemandem, der dann so aufsteigt und plötzlich so richtig reich wird und sowas. Eine klassische Betrugsgeschichte, irgendwas, nee, der entfernt sich halt komplett vom Klischee, das stimmt. Ja. Und das mochte ich sehr an dem Film. Also der war jetzt bei mir jetzt nicht in so einer Top-Liste drin oder sowas, aber... Bei mir schon. Ich finde, alleine so die Figur von Oscar Isaac, die so undurchschaubar und spannend und mysteriös, allein schon dafür lohnt es sich halt, den Film zu schauen. Auch weil Oscar Isaac dann halt auch grandios spielt. Auf jeden Fall. Und ich möchte, es gab eine Sache, die mich an dem Film so ein bisschen gestört hat, das war die Figur, die von Tiffany Haddish gespielt wird. Ich finde, im Vergleich zu dem anderen Schauspiel des Grandioses in diesem Film fällt das ab. Aber den Regisseur sollte man kennen, nämlich Paul Schrader. Er wird immer wieder zitiert als der Autor von Taxi Driver, von Scorsese's Taxi Driver. Aber tatsächlich macht Paul Schrader schon seit vielen Jahren echt viele... Ich finde diese Filme auch schwer einzuordnen. Das sind immer die Geschichten von so, ähm, von Männern, das sind meistens Männer bisher, ähm, die in irgendeinem... Also es geht immer um die Mortalität dieser Männer, um, äh, es geht immer so um ganz Existenzielles, um, ähm, es ist ein sehr, es ist ein sehr harter Blick auf die Welt, wie ich finde. Diese Filme sind auch schwer einzuordnen und wirklich keine Mainstream-Ware. Ich hab zum Beispiel First Reformed mit ihm gesehen. Ich hab, glaub ich, die erste halbe Stunde davon gesehen. Ja. Und hab mich eingeschlafen. Hab ich nicht eingeschlafen. Nee, ich will dann auf jeden Fall noch schauen, weil ich den mega interessant fand. Aber ich war, ich war einfach nicht in der Stimmung dafür. Ja. Ich hoffe, das war nicht im Kino. Das war nicht im Kino. Im Kino bin ich noch nie eingeschlafen. Bei First Reformed hab ich echt gefeiert. Der ist mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Ähm, ja, ist aber ein sehr besonderer Filmemacher. Also man muss auch drauf stehen. Also ich kann auch verstehen, wenn man da keinen Zugang zu findet. Ja, ich glaub, bei The Card Count ist das ähnlich. Ja. Ich glaub, manchen Leuten gefällt er richtig gut und andere Leute find er extrem scheiße. Ich glaub er auch. Ja, ich fand den sehr, sehr gut. Und ich hab dem, der war tatsächlich auf Platz 6 meiner Top 10. Ja. Fand, find den auch. Ich finde so, das ist für mich persönlich so der unterschätzteste Film dieses Jahr. Ja, der flog richtig unterm Radar. Ach, so ein bisschen wie Come on, Come on. Also die beide waren ja relativ klein dieses Jahr. Ja. Auch ein kleiner Film. Noch kleiner. Noch viel kleiner. Mit sehr kleinem Budget ist Beyond the Infinite Two Minutes. Wir haben den auf dem Fantasy Film Fest gesehen. Ja. Ein wirklich, ein kleiner, super witziger Film über eine Freundesgruppe, die ein Café, also einer davon hat ein Café und die stellen fest auf dem Monitor, also das Monitor, der da steht, der ist verbunden mit der Wohnung da drüber und die Wohnung da drüber ist zwei Minuten in der Zukunft. Ist das so? Die Wohnung ist in der Zukunft? Ich dachte einfach, sobald mein Café ist zwei Minuten in der Zukunft. Und wenn die nach oben gehen, ja genau, können sie sehen, was unten passiert in der Zukunft. War das so? Es ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrend. Ja, genau. Aber es ist super spektakulär, was man aus dieser kleinen Story, aus diesem Kammerspiel eigentlich gemacht hat. Weil absurde Sachen passieren. Ja, also geringstes Budget, gefilmt mit einem Handy, teilweise rauscht das Bild total. Also wirklich. Das sieht nicht gut aus, der Film. Das sieht absolut nicht gut aus. Gerade so in Lowlight-Situationen ist da ein krasses Rauschen drin. Aber das Drehbuch ist halt so genial und so durchdacht und hat so viele, also da werden so viele Ebenen noch immer wieder auf diese alberne Grundidee draufgepackt und das wird einfach immer absurder. Und irgendwann hast du Bild in Bild in Bild in Bild in Bild in Bild und jeweils zwei Minuten immer in der Zukunft. Und es wird immer irrer und immer irrer. Und trotzdem findet das dann irgendwie am Ende, dann schließt sich der Kreis. Und das zeigt einfach nur, wie großartig dieses Drehbuch war. Das ist auch, es gibt auch so ein paar Momente im Film, wo man einfach sieht, was passiert so in der Zukunft. Aber du kannst doch überhaupt gar nicht abschätzen, was da passiert. Aber umso weiter sich das so aufdröseln und sich entfaltet, merkt man so, boah, das ist eigentlich richtig cool. Das ist richtig cool. Das macht richtig Spaß. Und du denkst so, ja komm, zwei Minuten, das ist nicht so viel. Wie kann das jetzt alles da passieren? Immer in diesen Abständen. Das ist großartig. Und der Tipp ist natürlich, sich den Absporn anzugucken, denn da läuft so ein bisschen Making-off. Wie sie das Ganze gedreht haben, das ist schon so, das ist so. Das war das nicht so. Schön recht anarchistisch. Also erstmal, der ist aus, ist der aus Japan, der Film, der ist aus Japan. Also ist das nicht so eine kleine japanische Comedy-Gruppe gewesen, die einfach spontan beschlossen haben, weil der eine von denen irgendwie ein sehr, sehr gutes Drehbuch geschrieben hat, das zu verfilmen. So ganz spontan, der eine hat irgendwie einen Kaffee und das fühlt sich halt auch genauso an. Und das meine ich als Lob, weil das ist so ein unheimlich sympathischer kleiner Film. Mich freut es so sehr, dass der so erfolgreich war. Auf einmal so ein Prime ist der jetzt. War auch Publikumsliebling. Ich finde, was man bei dem Film auch richtig merkt, ich habe das glaube ich ja schon tausendmal erzählt, aber man merkt richtig, wie viel Spaß die Leute hatten, diesen Film zu machen. Und man bekommt dann selber auch Lust, auch sowas zu machen, einfach so um diesen Spaß zu haben, den die da auch gehabt haben. Deshalb genau auf Amazon Prime gibt es den gerade. Sehr empfehlenswert. Und der ist auch wahnsinnig kurz, ne? Ich glaube, 80 Minuten oder sowas. Zwei Minuten. Das wäre relativ. Ich muss aber sagen, es gibt eine Sache, die hat mich ein bisschen gestört an dem Film, aber ist noch minimal. Ich finde, der braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen und der erzählt, also diese Grundidee mit diesen zwei Minuten, das erzählt er ein bisschen zu lang, also zu oft. Also das geht am Anfang des Films zu lang drum. Diese Erklärung, wie funktioniert das mit den zwei Minuten? Und ich habe das Gefühl, ja, okay, die haben jetzt wirklich den letzten Zuschauer und letztes Zuschauer und damit abgeholt. Jetzt hat es wirklich jeder verstanden. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. 71 Minuten ist der Film. Wir holen uns kurz. Das ist nichts. Gut. Lunt sich auf jeden Fall. Wir kommen jetzt. Wen schmeißen wir raus? Ich gehe raus. Wir schmeißen Marius raus. Ich gehe raus. Wir tauschen einmal. Und jetzt könnt ihr erst mal raten, wer jetzt reinkommt. Aber alle Marius-Fans, keine Sorge, Marius wird wiederkommen. Wir begrüßen nämlich Xenia. Setz dich auf den Weg. Moment, du musst auch ein zweiter. Ach, ich muss auch? Okay. Das ist hier das Karussell. Das ist wie beim Tischtennis. Ach, du hast dir das tatsächlich so gedacht, dass wir einmal immer zur Seite rutschen? Genau. Ah, dann gibt jeder eine andere Seite. So, Moment. Hier, bitteschön. Wir können auch eine Pause zwischendurch machen. Nein, nein, das ist doch gerade witzig so. Das war doch jetzt flüssig. Xenia, warum haben wir dich da? Welchen Film hast du mitgebracht? Oder Serie? Ich habe natürlich meine erste Kritik mitgebracht. Guillermo del Toro's Pinocchio. Und ich habe den sogar nicht mit in meine Top-Liste genommen. Ich weiß auch nicht, wieso, weil der mir super gut gefallen hat. Und ich finde, das ist nicht nur ein schönes, modernes Märchen, was anders ist als Märchen, wie man die vielleicht kennt, sondern auch in einem ganz anderen Setting spielt und eine sehr emotionale Geschichte ist. Ja. Genau, ihr habt den auch gesehen, oder? Ich habe den sogar auf Platz vier meiner Top-10. Ich hätte den auch noch auf meine Top-Liste gepackt. Leider habe ich den erst danach gesehen, also nachdem ich die Top-Liste angelegt habe. Ich habe den erst dann gesehen, als der auf Netflix erschienen ist. Aber ich muss sagen, ich kann ihn da auch beipflichten. Bei mir wäre er jetzt auch persönlich auf der Top-Liste gelandet. Ich meine, die Geschichte von Pinocchio hat man schon tausendmal gesehen. Man weiß ja, um was es geht. Aber ich finde, Guillermo del Toro... Aber nicht von Guillermo del Toro. Der schafft es dann noch so ein paar Sachen so neu zu erzählen, da mit reinzubringen, die einfach super interessant ist. Gerade dann, was du auch in deiner Kritik gesagt hast, so der italienische Faschismus. Weil wir gerne mit Namen uns weiter hin und her werfen. Guillermo del Toro ist definitiv ein zeitgenössischer Regie-Star, ein Fan-Diebling. Was ist so euer Lieblingsfilm von Guillermo del Toro? Ein Panzerlabyrinth. Also dieser Mix aus irgendwie Krieg und Märchen, der catcht mich, glaube ich, jedes Mal. Und er hat so einen besonderen Stil. Ich finde es auch krass, wie sehr er das schafft, was eigentlich für Kinder bestimmt ist, so einen Horror-Touch zu geben. Ja, gerade mit den Kreaturen, die er immer wieder in all seine Filme einbaut. Voll, und auch so die Kreation von Pinocchio, das hat mich so hart an diese Frankenstein-Geschichte erinnert. Und dass auch Pinocchio an sich nicht aussieht wie bei Disney, irgendwie total animiert, sondern eigentlich auch sehr creepy. Eigentlich nur so eine Holzpuppe ist und auch sehr unfertig. Also das fand ich wirklich großartig. Vor allem wird so ein albernes Element wie das Wachsen der Nase, wenn Pinocchio lügt, wie das bei ihm aussieht. Und gerade, vor allem, ich finde, dieser Film wirkt noch mal stärker, weil man sich einfach vor Augen führt, dass auch Robert Zemeckis und Disney dieses Jahr einen Pinocchio rausgebracht haben mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der halt wirklich furchtbar ist. Ich habe wirklich jede Sekunde an dem Film gehasst. Und dann kommt Guillermo del Toro daher und nimmt halt dieselbe Ursprungsgeschichte und macht halt seinen Film draus. Und ich musste wirklich an drei verschiedenen Stellen im Film, glaube ich, weinen, weil der so unfassbar berührend ist. Mir ging das genauso, ja. Ja, also mich hat der wirklich, das ist, glaube ich, der Film, der mich dieses Jahr mit am meisten berührt hat. Ich finde es auch schön, dass wir auch einfach einen Stop-Motion-Film jetzt mit dabei haben dieses Jahr, der einfach so großartig ist. Ich finde, das gibt es nicht so oft. Also wenn ich so einen Stop-Motion-Film bedenke, so in den letzten Jahren, was ich so richtig geil fand. Es gibt ja einfach nicht viele. Fantastic Mr. Fox ist so, aber der ist schon ein bisschen her. Oder Kubo, der ist nicht ganz so alt. Ich finde Kubo von der Animation her fast noch ein Stückchen besser als ... Habe ich auch gesehen, ja. Trauma meiner Kindheit. Aber zum Beispiel auch, Cate Blanchett spricht in diesem Film einen grunzenden Affen. Also das ist so mein Lieblings-Fun-Fact zu diesem Film. Das hatte doch auch Guillermo der Torre erzählt, dass sie dann am Set von seinem letzten Film mit ihr auch gesagt hat, ja, ich will unbedingt in Pinocchio vorkommen und so. Und er so, ja, was kannst du denn? Ich habe nur noch diese eine Rolle. Ja, ich habe keine Rollen mehr, genau. Ich habe noch diesen Affen, der grunzt aber nur. Mach ich. Aber ich habe auch ein bisschen sie rausgehört. Ja, nee, wobei, also es gibt ja, dieser Affe spielt ja die Figuren. Der ist ja Marionettenspieler, dieser Affe in dem Film. Also kein Spoiler, kein echter. Und sie spricht halt, glaube ich, auch die Figuren dann, die der Affe dann da quasi spricht. So in der Art, ja. Aber toller Film. Auf Netflix, sehr empfehlenswert. Ja. Kannst du zustimmen? Auch auf Netflix? Auch auf Netflix. Eine Serie. Eine Serie. Ja, ich habe das, ich habe, glaube ich, jedem Menschen diese Serie empfohlen. Die man, also ich persönlich, die hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen, nämlich The Last Kingdom. Ja, genau. Utrets Geschichte ist zum Ende geführt worden. Das war die letzte Staffel. Es gibt ja insgesamt fünf. Und ich war auch von Anfang an mit dabei. Und ich finde das krass, weil die Serie kennen, glaube ich, auch nicht viele. Also die, die Cinema Strikes Back gucken wahrscheinlich, weil du diese oft empfohlen hast und eine Band hast und so. Ja, Jonas, du kennst sie nicht, ne? Doch, ich habe die ersten drei Staffeln gesehen, aber ich hänge gerade noch so ein bisschen drin, was ich verstehen kann. Weil ich finde, dass sich da auch ganz oft so Sachen wiederholen, also was mit ihm passiert. Also ich finde auch tatsächlich, dass Staffel drei und vier so ein bisschen irgendwann durchhängen. Also das Gefühl hatte ich auch bei der Serie. Aber ich finde, Staffel fünf zieht nochmal an und bringt das zu einem wirklich würdigen Finale, wie ich finde. Auch wenn ich jetzt sagen würde, Staffel fünf ist nicht die beste in der gesamten Serie, bei weitem nicht. Die ersten paar Staffeln finde ich schon immer noch am stärksten. Die ersten zwei. Aber ich finde auch, die letzte Staffel hat es halt geschafft, diese Figuren-Geschichte von den Hauptfiguren, die du auch begleitet hast, über die Jahre zum Ende zu bringen. Und das hat mich dann emotional auf jeden Fall sehr mitgenommen. Obwohl ich auch finde, dass so dieser ewige Konflikt ja immer wieder ausbricht, zwischen den Dänen und den Wikingern in der Serie und eigentlich so diesem England, was noch nicht gegründet wurde. Also das alte Wessex. Die sechs, sieben verschiedenen Königreiche, die es da gab, wie viele auch immer es waren. Und was ich auch an der Serie liebe, sind so die Namen. Also ich finde, ganz ehrlich, da heißt jeder... Äffelflat, Äffelflat, Äffelhelm, Sigtrige. Und dann bin ich immer so, wow, das ist so cool. Ich habe das Gefühl, ich gucke mir so ein historisches Dokument an. Namen haben sich zurückentwickelt. Ja. So ungefähr wie bei halt George R. Martin, ne? Also da heißt auch jeder Aegon. Ja, und ich finde auch... Also eine Sache muss sich in der Staffel allerdings auch ankreiden. So die, welche Figur für welches Alter verkauft wird, ist ein bisschen albern. Also da wird wirklich eine 28-Jährige als Großmutter verkauft. Die angeblich 60 ist oder sowas. Die ist natürlich so geschminkt. Und dieser Aging-Prozess in der Serie ist nicht der beste. Also es ist absolut nicht glaubwürdig zu keinem Zeitpunkt. Auch die Hauptfigur, da denkt man sich schon irgendwann so, okay, die grauen Strähnen, die hätten schon nochmal prominenter sein können. Alex Dreyfuss heißt der Schauspieler. Da steht so neben ihm eine Schauspielerin, die wahrscheinlich im echten Leben genauso alt ist wie er. Zumindest sieht sie so aus. Bei U-Tritt dann. Neben U-Tritt, genau. Aber dann steht eine Schauspielerin neben mir, die wahrscheinlich im echten Leben genauso alt ist wie er. Und es wird aber so verkauft, als wäre er ihr Vater oder teilweise sogar Großvater. Also es ist teilweise so richtig albern. Aber, ne, also das meine ich nur so hier als Gag. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich finde trotzdem, dass diese Serie sehr sehenswert ist. Vor allem jetzt, wo die wirklich abgeschlossen ist, kann man die in einem Rutsch gut durchgucken. Hat ein paar wirklich grandiose Szenen, grandiose Storylines und Staffeln. Ich finde die wirklich toll. Und gerade, weil sie so unter dem Radar läuft. Also ich finde, für so eine Netflix-Serie ist das Set-Design auch richtig gut. Und es zieht einen wirklich in diese Zeit. Und das finde ich auch sehr markant. Das habe ich nicht oft. Weil ich bin oft dann aus der Immersion rausgezogen, wenn irgendwas vielleicht sich ein bisschen off anfühlt. Was so irgendwie, weiß ich nicht, so die Darstellung auch dieser Zeit angeht. Und ich fand, das war dann schon gut repräsentiert. Also egal, ob es jetzt um Sprachen geht oder, also ich bin jetzt auch keine Historien-Experte. Keine Ahnung, ob die da so damals aussahen. Aber auf mich hat es einen authentischen... Es wirkt so. Auf jeden Fall. Es wirkt so. Also da hat die Inszenierung auf jeden Fall gepunktet. Stimme ich zu. Ich glaube auch nur so ein Grund, warum die so ein bisschen, in Anführungsstrichen, untergegangen ist, war, weil die halt auch so parallel mit Vikings lief. Und Vikings war halt auch so eine Wikinger-Serie. Aber ich finde, Vikings war in den ersten zwei, drei Staffeln echt gut. Und dann war es so eine Katastrophe, dass ich einfach aufgehört habe, die zu schauen. Und ich finde auch The Last Kingdom hat das Beste hinbekommen, dass man sich mehr mit den Figuren identifiziert hat. Weil Uhtred hat ja auch so eine Boy-Group eigentlich, so Unsicherung. Ja, total. Und jede Figur hat halt eine Backstory, die ausgeführt wurde. Aber das war für mich halt auch The Last Kingdom. Ich habe die Nebenfiguren so sehr ins Herz geschlossen, teilweise mehr als Uhtred. Also irgendwann wurde selbst Uhtred, obwohl ich Uhtred auch sehr mag, irgendwann zu Hintergrund. Man muss aber auch dazu sagen, niemand von uns hat die Bücher gelesen, oder? Leider nicht. Also es gibt eine zwölfteilige, ich habe das gerade nachguckt, es gibt eine zwölfteilige Buchreihe dazu von Bernard Cromwell. Eine sehr, sehr bekannte Fantasy-Saga, die Uhtred-Saga. Also man muss dazu sagen, dass wir die nicht gelesen haben. Also ich kann das nicht vergleichen. Irgendwann will ich es aber auf jeden Fall mal nachholen. Ja. Gut, wir bleiben im gleichen Setting. Oh, wir bleiben im gleichen Setting. Und genauso historisch akkurat, wer weiß. The North Man von Robert Eggers ist ja auch dieses Jahr rausgekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mich ja riesig auf den Film eigentlich gefreut, weil The Lighthouse und The Witch schon die besten Horrorfilme der letzten Jahre für mich waren. Liebe ich beide. Ja, und dann war ich sehr gespannt auf The North Man. Und ja, es ist ja so eine Art Neuverfilmung von der Hamlet-Sage. Also der Sage, auf der Hamlet basiert. Auf der Hamlet basiert. Genau, Amlet heißt der Protagonist. Shakespeare ist ganz schön clever. Der hat einfach die Buchstaben umgestellt. Ja, und ich fand, ich weiß nicht. Dich hat es nicht abgeholt. Nee, mich hat es nicht abgeholt, weil, also das Setting war echt Hammer. Ich mochte das auch, dass man so in diesen rachsüchtigen Wikinger versetzt wurde und dann so diese Welt aus seiner Perspektive gesehen hat. Aber ich fand das Ende hat, also es ist, keine Ahnung, finde ich, umstritten ein bisschen, weil man ja auch sieht, wie er dann, also ich will jetzt nicht spoilern, aber auf jeden Fall ist das Ende ein bisschen unambivalent für mich gewesen. Und das hat mir dann so ein komisches Gefühl gegeben auf dem Kino. Was ich immer wieder höre, ist, dass so die zweite, ohne was du es bollern, die zweite Hälfte des Films ein bisschen dich nicht genug abgeholt hat, wie der Beginn des Films. Ja, genau. Also ich habe mich sehr reingezogen gefühlt. Und dann am Ende habe ich so ein bisschen gedacht, okay, war es das jetzt? Und ich hatte eine krasse Diskussion mit Freunden, die den Film richtig schlimm fanden irgendwie, also wegen seiner Brutalität, die dann aber nicht richtig eingeordnet wurde. Das habe ich aber dann so ein bisschen argumentiert, auch von der Seite von Robert Eggers, dass er eben einen sehr, sehr historisch akkuraten Film machen wollte. Und wir auch das alles aus der Sicht des Protagonisten sehen, der ja damals auch an sowas geglaubt hat, wie Mythologie und Valhalla und sowas. Genau deswegen, wie hat der euch gefallen? Mich hat der komplett umgehauen. Also ich habe den auch bei Platz 3 stehen in meiner Top 10. Ich fand die mythologischen Einflüsse aus der nordischen Mythologie unglaublich krass umgesetzt. Sowas habe ich persönlich einfach auf der Leimland so noch nicht gesehen. Und ich fand den atemberaubend. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Film gesehen in dem Setting, der so immersiv und so atmosphärisch war. Und ihr habt es auch schon gesagt, man wird richtig in diesen Film reingezogen. Und gerade so, ja, die erste Hälfte finde ich auch die bessere Hälfte. In der zweiten, finde ich, gibt es dann auch so ein, zwei Durchhänger. Obwohl Anja Taylor-Joy eigentlich für mich in jedem Film immer der Fixpunkt ist. Aber ich finde, die erste Hälfte des Films, das ist so, da ist keine Sekunde zu lang eine Einstellung. Das ist alles so perfekt getimt und abgestimmt. Und die Musik und die Kamerarbeit und alles und das Schauspiel, das ist so großartig. Und noch ein eigenes Kapitel aufmachen für Alexander Skarsgård. Das ist unglaublich, dieser Mann. Das ist wirklich unfassbar. Und allein der aussah, das sah wirklich aus wie so ein Wikinger, irgendwie so übelst baff. Da habe ich auch gedacht, oh krass. Auf jeden Fall. Und ich finde auch im letzten, in der zweiten Hälfte gab es so einen Shot, der ist mir jetzt auch immer noch im Kopf, obwohl es schon Monate erst, dass ich den Film geschaut habe. Also es sah wirklich aus wie in der Hölle. Also es war so heftig inszeniert. Auf jeden Fall. Also muss ich den Film lassen. Ja, es war ja quasi der. Ja, genau. Was ich auch richtig geil fand, war, ich hatte manchmal so das Gefühl, da wurde es richtig so der Steinzeit-Mensch in mir angesprochen. Auf jeden Fall, ja. Und die ganze Zeit ganz so, oh, 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 oh. So richtig so, diese richtig toxische Männlichkeit ist dann in mir hochgekommen. Und ich habe mir gedacht, ich ziehe jetzt in die Schlacht. Wo du das gerade sagst. Und auch wieder mit Willem Dafoe, ne? Auch wieder mit Willem Dafoe. Ja, Körpergeräusche und Körperflüssigkeiten spielen bei Robert Eggers tatsächlich immer eine Rolle in all seinem Film. Ja, das stimmt. Genau deswegen hat es vielleicht ein bisschen auf mich nicht so diesen Effekt gehabt. Ich weiß nicht, ich war, mich hat der Film auf jeden Fall nicht so mitgenommen wie jetzt so ein Lighthouse oder so, der für mich nochmal auf einer anderen Ebene funktioniert wie The Northman. Also ich habe mich umgeguckt im Kino, wo ist die nächste Axt? Ich wollte direkt in die Schlacht. Im Hochsommer war das. Im Hochsommer, ja. Ich war auch mit einem Kumpel drin, ich hatte ein bisschen Angst danach vor ihm. Ich finde es auch ganz witzig, dass Robert Eggers also dieser Regisseur ist, in dessen Filme einfach gepupst wird. Ja, das meine ich ja mit den Körperphysikern, Körpergeräuschen. Ja, ich bin ... Also das ist euer Fazit, wegen dem Pupsen? Wegen dem Furzen ist es sehr ehrlich. Okay, alles klar. Aber ich bin, also wenn Eggers draufsteht, seinen Bruder, den darf man ja auch nicht vergessen, den Kongenialen, wie hieß der nochmal? Ich habe das leider vergessen. Der schreibt doch, schreibt der nicht alle seine Filme mit seinem Bruder gemeinsam? Wobei den nicht, oder verwechsel ich den da? Oder nennen wir sie dann nicht die Eggers Brothers? Vielleicht, warte mal, das will ich gerade nachgucken, vielleicht irre ich mich. Ich habe noch nie von dem gehört, glaube ich. Ich irre mich. Ich wette, ich irre mich. Genau, wie heißt der? Robert und Edward. Edward Eggers. Vergiss es, ich werde die verwechselt haben. Aber den hat er geschrieben mit dem Typen, der auch Lamb geschrieben hat, dem Isländer. Ah. Schon, ich habe vergessen, wie der heißt. Er hat auch einen relativ schwierigen Namen. Lass mich das nachgucken. Oh, jetzt kommt Alper Snow weg. Nein, 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 schon Sigurdsson. Sigurdsson. Ah ja, okay. Den darf man auch nicht vergessen. Das ist auch so ein aufstrebender Autor allgemein in der Filmwelt, würde ich mal vermuten. Weil der hat auch Lamb gemacht. Und Lamb ist auch ein sehr interessanter Film. Ich mochte Lamb auch. Ja? Also ich finde immer so skurrile Horrorfilme, die kriegen mich dann doch immer. Also deswegen. Ich mag auch The Lobster. Mit dem besten Twist, den ich in den letzten Jahren gesehen habe in Lamb. Wirklich. Also ohne zu spoilern. Empfehlenswert. Das nächste auf der Liste, was ich hier sehe, da steht auch nur mein Name, weil ich der Einzige bin, der das gesehen hat, scheinbar. Obwohl ich das auch an jeder Ecke empfehle. Nämlich die Apple TV Plus Serie Severance. Ich glaube, das ist schon das Problem dabei. Apple TV Plus. Ja. Ich will nicht damit sagen, dass das scheiße ist. Ich finde, die haben ein geiles Programm. Aber es haben halt nicht viele. Das stimmt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein bisschen mit daran liegt, was viele daran, ja, ich glaube, weil der Name Ben Stiller über dieser Serie steht, denken viele, das wäre was anderes, als es ist. Oder viele strafen diese Serie vorher zu Unrecht ab, weil Ben Stiller ist tatsächlich der Showrunner dieser Serie. Severance dreht sich um eine sehr dubiose, ominöse Firma, von der man auch nie erfährt, was die eigentlich genau macht. In der Menschen arbeiten, deren Bewusstsein chirurgisch zweigeteilt wird. Also sobald du, da ist irgendwie so ein Science-Fiction-Mechanismus, der auch nicht erklärt wird, sobald du den Fahrstuhl betrittst von dieser Firma, geht der zweite Teil deines Bewusstseins an. Der wacht quasi auf und arbeitet acht Stunden am Tag oder wie lange auch immer. Und abends, wenn du dann wieder den Fahrstuhl betrittst, um das Filmengelände zu verlassen, geht wieder das andere Bewusstsein an. Okay, das heißt, du hast deine Arbeitswelt getrennt von deiner privaten Welt. Das heißt, du musst dir das so vorstellen, du, so wie du hier sitzt, beschließt, dich bei dieser Firma anzuheuern und fortan lebst du nur noch dein Privatleben aus, hast aber halt quasi die vielen jeden Tag acht Stunden deines Lebens. Also du hast quasi die perfekte Work-Life-Balance. Ja, du sagst utopisch. Diese Serie durchleuchtet diese Idee aus so vielen Winkeln und Perspektiven das, was ich mir gar nicht vorstellen konnte. Weil du guckst die erste Folge und denkst dir, ja, okay, interessante Idee, aber wie soll sich das für eine gesamte Serie denn tragen? Pustekuchen. Diese Serie schafft es und beweist es, weil einfach jede Folge sich dann steigert und steigert und steigert. Und da so eine Spannung aufgebaut wird, bei der ich sogar selbst in der letzten Folge da saß und wirklich mir gedacht habe, so wie haben die das geschrieben? Das ist ja unglaublich. Mich hat die Serie auch vom gesamten Look, vom Schauspiel, von der Atmosphäre, von in wirklich jedem Aspekt so überzeugt. Für mich war es somit die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Wer spielt da nochmal die Hauptrolle? Kennt man auch. Den habe ich auf dem... Spielt auch bei Parks and Rec. Genau. Auf der Werbung. Auf der Werbung. Auf der Werbung. Auf dem Poster. Auf dem Poster habe ich den gesehen. Der kommt mir bekannt vor. Ja, ich vergesse immer seinen Namen. Es tut mir leid, obwohl es ja eigentlich ein super Schauspieler ist. Adam. Adam Scott, ja. Adam. Adam Scott. Ist das jetzt telepathisch gewusst? Nee, ich wusste Adam, aber ich wollte Adam Levine sagen, aber Adam Levine ist es nicht. Oh, Adam Levine ist gecancelt. Was man aber auch nicht vergessen darf, in dieser Serie spielen auch Christopher Walken und John Tortudo mit, der zum Beispiel Ressus in Big LeBauski spielt. Ich finde auch, diese Grundidee hört sich so ein bisschen auch an wie, es geht so in Richtung wie Vergissmeinicht, wo dann quasi auch... Sag, nenn den nicht Vergissmeinicht, den Film. Eternal Sunshine of the Spotless Mile. Das ist viel schöner. Okay. Tatsächlich ja. Wenn er auch so eine absurde Grundidee nimmt und die wirklich so interessant beleuchtet und es auch mal so komplett zeigt. Und es ist auch ein großartiger Film. Und es wirkt auch wie ein Kommentar auf so Arbeitskultur wahrscheinlich. Total, zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Und ich finde diese Serie einfach wahnsinnig intelligent, gleichzeitig aber auch sehr unterhaltsam und witzig und herzzerreißend. Also da auch diese gesamte, also so wie es geschrieben ist, es ist einfach fantastisch. Also wirklich absolut fantastisch. Da wird ja, denke ich, auch mal noch eine zweite Staffel kommen, oder? Die kommt jetzt. Die kommt jetzt bald sogar. Also, ähm, auf deiner Top 2 sogar. Auf jeden Fall. Und das, äh... Nicht schlecht. Ja. Vielleicht überzeugt es mich genug, damit ich mir Apple Plus hole. Unbedingt. Weißt du was? Ich hol mir, glaube ich... Sommer kommt übrigens Staffel 2. Okay. Ich hol mir, glaube ich, in den Weihnachtsfeiern, hol ich mir Apple TV Plus und gucke mir dann noch For All Mankind Staffel 3 an und noch Severance. Unbedingt. Ja. Unbedingt. So, dann verabschiede ich mich. Tschüss. Tauschen wir wieder die Plätze und, ähm, Xenia und ich bleiben drin und Lenny kommt noch mit rein. Hallo, Lenny. Hallo, Lenny. Guten Tag. Na? Na? Freut uns sehr, dass du da bist. Nimm mich auch. Mensch, also... Das wird ja ein richtiges... Ich bin jetzt schon ein bisschen verwirrt. Aber ich finde es schön. Dann haben wir wirklich mal in allen Konstellationen gesprochen. Ja, und es ist auch so Bewegung drin, ne? Also, ich habe, glaube ich, mich noch nie so viel bewegt hier im Set. Ich bin schon im Schwitzen hier. Das ist Workout für die Weihnachtsferien. Ja, und ich... Und das macht auch Spaß, euch hier bei Zuzugucken von da. Es ist wirklich... Für alle Leute, die jetzt nur zuhören oder die es nicht sehen, wir haben so einen kleinen Wartebereich außerhalb der Kamera, wo dann Alper und Marius gerade sitzen und zuschauen. Ja, das ist so wie beim Fußball, einfach so auswechseln und so. Und wenn wir nicht mehr können, dann... Wir wurden ja auch schon als Gäste nur bezeichnet. Ja, aber ich stimme wollen. Als Auswechselspieler, ne? Jonas. Da habe ich mich sehr gewertschätzt gefühlt hier. Nein, Spaß. Es tut mir leid. Aber ein Film, den man wertschätzen kann, das ist Athena. Ja. Den hat Jonas mir sehr ans Herz gelegt. Ja, der ist tatsächlich bei Xenia und bei mir auf der Top-Liste, auf der Top-10 dieses Jahr aufgetaucht. Lenny hatte den zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Hättest du den jetzt noch auf deine Liste gepackt oder nicht? Tatsächlich nicht, weil es gab einfach so viele andere starke Filme dieses Jahr. Aber ich fand den super. Und das liegt nicht nur an der großartigen Anfangssequenz, dass eine zehnminütige Plansequenz ist. Und die ist der Wahnsinn. In dem Film geht es ja eigentlich um so einen Straßenkrieg, in den zwei Brüder verwickelt werden. Punkt. Und den gibt es gerade auf Netflix. Ich habe den durch Zufall in einem Podcast mal gehört und habe gedacht, ja gut, den gucke ich mir mal an. Ich gucke mir mal den Anfang an. Ich habe schon gehört, der soll extrem krass sein. Aber wie krass der dann ist, ich habe es zu wissen nie gesehen. Ich war auch sprachlos. Selbst so Filme wie Children of Men haben ja auch schon so längere Plansequenzen. Also ohne Schnitt quasi so Kameraeinstellungen oder Kamerafahrten. Aber so wie das hier gezeigt wurde, das war unfassbar. Und wie das verwickelt wurde mit der Kameraführung und dieser wirklich auch wieder immersiven Art des Filmens und gemeinsam mit dieser Geschichte von den zwei Brüdern, die sich dann ja auch in einen Konflikt geraten. Und dann das alles kombiniert mit so dem Thema Polizeigewalt und auch so ziviler Ungehorsam, fand ich echt krass. Also vor allem für so einen Underdog-Film auf Netflix, den man nicht auf dem Schirm hatte. Also ja, hat bei mir Top 6. Habt ihr Les Miserables gesehen? Der ist einfach vom gleichen Regisseur. Und der hat mich auch sehr daran erinnert. Du meinst den? Nee, nicht vom gleichen Regisseur, vom... Das Musical? Nein, nein, nein. Der französische Film. Ah, ah, okay. Les Miserables. Der hat ja auch in der Hochhaussiedlung stattgefunden. Hochhaussiedlung, wo es auch um drei Cops geht. Stimmt, stimmt, stimmt. Den habe ich leider nicht gesehen. Um zwei Gruppe de Cops und einen, der da rein, mit reingezogen wird. Quasi auch so ein ähnliches Thema, aber anders erzählt. Er erzählt eine ganz andere Geschichte. Aber spielt auch in so einem Bonlieu. Kann ich auch sehr empfehlen. Fand ich auch einen extrem guten Film. Aber ich fand hier auch dieses Set-Design wirklich, wirklich super. Und es ist auch wirklich so dicht inszeniert. Also man ist es halt... Ich habe halt viel gelesen, dass viele sagen so, ja, diese ersten zehn Minuten sind großartig und danach flacht es ein bisschen. Aber ich finde es gar nicht. Ich finde, es wird immer... Es wird ja auch spitze. Die ganze Situation spitze ich auch immer weiter zu. Und ich finde, diese Hochersiedlung wirkt halt wirklich wie so eine Bastion halt auch. Das ist ja auch das Ende von dieser zehnminütigen Plansequenz am Anfang. Das endet auf so einem Bild, wo dann auch, glaube ich, der Filmtitel drinsteht. Und dann sieht man so ganz viele Leute, wie die halt quasi so Barrikaden aufbauen. Und das sieht dann aus wie so Burgzinn auch. Diese Architektur. Und die stehen da wie so die Avengers, finde ich, irgendwie. Also, ja, ich finde auch immer... Ich habe da großen Respekt vor, wenn es diese One-Shot-Szenen gibt, wo alles durchchoreografiert ist. Also, selbst wenn da mal ein Schnitt reingeschmuggelt wird. Also, deswegen, das alleine verdient einen Platz in der Top Ten. Aber genau, der Film hat mich halt auch mitgenommen. Also, auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal. Weil es eben auch um diese Familiengeschichte geht und auch um diesen Konflikt. Was macht man? Also, gerade jetzt, wenn... Die Black Lives Matter-Bewegung ist ja auch immer noch ein Ding. Und wenn man sich das dann veranschaulicht, okay, das kann auch da passieren. Und wenn dann irgendwie Polizei und so eine Art Milieu aufeinandertreffen, was dann halt passieren kann. Also, ja, schon krass. Und dann halt eben auch noch mit den beiden Seiten, dass sie dann wirklich so aufeinander clashen. Und das finde ich super, dass sie das so ein bisschen ins Detail dann auch auf beiden Seiten so beleuchtet haben. Das Einzige, was man bei dem Film auf jeden Fall nicht findet, ist Comic Relief. Da ist nämlich sehr ernst und sehr düster und sehr brutal und niederschmetternd. Ja, da muss man sich so eine stille Minute für nehmen. Dafür gibt es Comic Relief in einem anderen Film. Nämlich Rheingold. Und ich glaube, ich bin auch die Person, die diesen Film hier so ziemlich am meisten gehypt hat, auch wirklich als er rausgekommen ist. Ich habe hier so jedem gesagt, boah, guckt euch den an. Das ist der Film über Hatta. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte keinen Bock auf diesen Film damals, als er rausgekommen ist. Ich saß in dieser Pressevorführung und habe mir gedacht, boah, jetzt so ein 140-Minuten-Hatta-Biopic. Und gar keinen Bock. Für alle Leute, die nicht wissen, wer Hatta ist. Das ist ein Bonner-Rapper. Und ich saß da und habe mir wirklich nach der ersten halben Stunde gedacht, boah, ich liebe diesen Film. Der ist super unterhaltsam. Also wirklich, ich finde, der hat ein so geniales Pacing. Das ist also wirklich, also der ist total spannend, total lustig. Und der macht wirklich auf diese 140 Minuten einfach extrem viel Spaß. Und ich finde es auch super, dass halt so ein bisschen auch die Hintergründe von Hatta beleuchtet werden, dass halt den Eltern von ihm auch ein bisschen mehr Raum gegeben wird. Der fängt halt wirklich an mit einem, ich glaube, so halbstündigen Anfang, mit einem halbstündigen Anfang, wo es halt darum geht, wie seine Eltern aus dem Irak-Iran-Krieg nach Deutschland geflogen sind. Also nach Europa. Zuerst mal in Frankreich. Und danach sind die nach Deutschland gekommen. Und das wird halt eben alles so ein bisschen erzählt. Ich glaube, die Kritik, die du an diesem Film hast, die habe ich auch. Aber die ist bei mir nicht so, werdet nicht so rein. Wo erstellen wird. Aber was ist deine Kritik an diesem Film? Also ich hatte auch voll viel Spaß mit Rheingold. Aber ich hatte so ein paar Probleme irgendwie mit diesem Changieren zwischen so Biopic und so ein bisschen verherrlichendem Gangster-Drama, was dann auch noch irgendwie ab der zweiten Hälfte anfing. Und ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass der Film so ein bisschen kritischer mit Hatta ins Gericht geht. Gerade das Ende hätte für mich noch mal mehr sitzen können, wenn da mehr gezeigt wird, dass auch Hatta selbst das so ein bisschen bereut vielleicht. Oder dass der Film sich nicht ein bisschen angefühlt hat, wie von Hatta so selbst geschrieben oder initiiert. Ich glaube, da hätte ich mir so einen anderen Fokusgang gewünscht. Aber ich hatte auch mit dem ersten Part und dieser Geschichte der Eltern, was ja auch wirkt wie so ein modernes Märchen auch wieder. Weil da wird dann auch erzählt, wie er so im Krieg geboren wurde. Und das sind total die starken Szenen. Und das habe ich auch nicht erwartet von dem Film. Und auch, ich glaube, die Repräsentation der kurdischen Kultur ist auch richtig gut getroffen. Ja, aber ich glaube, am Ende hatte ich mit so ein paar Szenen meine Probleme, die sich dann komisch angefühlt haben. Auch wegen der Situation im Kino. Weil neben mir um mich herum waren alle so, ja, krass, Hatta. Und ich war so, oh. So ein bisschen wie bei The North Man. Du hast den auch gesehen, oder? Ich habe den auch gesehen. Das war eines der traurigsten Kinoerlebnisse, was ich dieses Jahr hatte. Also nicht für mich, sondern für jemand anderen. Oh nein. Ich war in Hamburg zu der Zeit und habe mir dann da angeschaut, in so einem kleinen, netten Kino. Und dann ist eine Mutter mit ihrem Kind reingekommen und die hatten schon Tickets gekauft. Und dann durfte der, der Sohn durfte nicht mit rein, weil der Film halt ab 16 Jahren freigegeben ist. Aber er war halt erst 13. Und ich habe mir gedacht, lüg doch einfach, dass du 16 bist. Sah der denn aus wie 16? Ja, naja, also. Ich glaube, wenn er gesagt hat, dass er 16 ist, dann hätten die vielleicht noch mal ein Auge zugedrückt. Okay. Weil die Mutter ja auch dabei war. Ja, fand ich super schade. Aber nee, ich fand den Film, mich hat es auch überrascht, wie gut ich den fand. Weil ich war halt einerseits gespannt, weil es ein Film über Hatta ist und ich halt auch seine Musik so ein bisschen höre. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan. Und das andere ist, dass halt Fatih Aken Regie geführt hat. Ein Mann, den ich sehr schätze, der sehr viele tolle Filme gemacht hat, wie Gegen die Wand oder... Ach shit, wie ist der Fels mit Dian Krüger? Ich habe es nicht vergessen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist aus dem Nichts. Ja, genau. Aus dem Off kommt von der Einsatzbank. Genau. Und was ich auch toll fand, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der Hauptdarsteller Emilio Sacraia. Der ist super, der sieht mir am Null aus wie Hatta. Wirklich ein Null. Aber durch die Marke... Findet ihr auch, dass der aussieht wie so ein richtig junger Robert De Niro? Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich sehe da so ein bisschen Robert De Niro. Ich weiß, was du meinst. Das hat so Taxi Driver-Vibes. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich fand den super. Von Baby und Tina hat er sich jetzt... Oder halt Four Blocks, also finde ich auch super. Da spielt er ja auch mit. Genau. Und also ich mag auch Fatih Aken. Ich finde auch, deswegen hat der Film es auch auf meine Top Ten geschafft, aber nur auf den letzten Platz. Aber genau, ich habe so ein bisschen mit mir gehadert. Tue ich den jetzt oder The North Man? Ja, also ich glaube aber auch trotzdem, es ist ein guter Film. Und ich fand auch den Take ganz spannend, dass er da so ein bisschen so ein Mythos, den Hatta-Mythos auf die Leinwand gemacht hat. Gerade auch das mit dem Banküberfall. Das ist eine der lustigsten Szenen. Wenn nicht der Bank, der Goldraub. Der Goldraub, ja. Das ist eine der lustigsten Szenen überhaupt. Das ist wirklich, also wie man das... Natürlich ist es halt so ein bisschen, oh, das ist ja eigentlich was super Kriminelles und das dann halt so super lustig zu inszenieren. Ist halt die eine Sache, aber ich fand das halt super gepasst in dem Film. Und ich glaube, für dich als Bonnerin ist das doch auch bestimmt cool, dann einfach diese ganzen Ecken da noch mal zu sehen. Das war auf jeden Fall diese Drohnenfahrt am Anfang, war ich so, das ist so. That's my home. That's my home. Und der Soundtrack, den habe ich wirklich Wochen später noch den immer auf meine Spotify-Playlist getan. Ich mag diesen Song auch irgendwie. Ja, ich mag den auch sehr gerne. Mama war der Mann im Haus. Damit kommen wir jetzt zu einer Serie, die überhaupt nichts mit Bonn oder mit Ratat oder sowas zu tun hat. Aber es hat mit Kriminalität zu tun. Genau, es hat mit Kriminalität zu tun. Dieses Jahr lief die letzte Staffel, die sechste Staffel von Better Call Saul. Und ich bin tatsächlich der Einzige aus dem Team, der das gesehen hat. Und das hat es ja bei uns in der Top-Liste auch auf die Eins geschafft. Du hast dich so krass durchgesetzt. So krass durchgesetzt. Was waren deine Argumente? Was waren meine Argumente? Also meine Reise mit Better Call Saul hat tatsächlich auch erst dieses Jahr angefangen. Ich habe mir das extra aufgespart, dass ich das alles in einem Rutsch schauen kann. Und ich würde echt auch jedem empfehlen, das so zu tun, weil es einfach sehr viele Sachen gibt, die auch in der sechsten Staffel noch passieren. Auch Kameraeinstellungen und sowas, die sich auf die erste Staffel beziehen. Und das ist ein so krass durchgeplantes, geiles Stück Fernsehgeschichte. Genau, es geht halt um Saul Goodman, den Anwalt, den wir aus Breaking Bad zum Beispiel kennen. Und erzählt ihm seine Vorgeschichte. Und aber nicht nur seine Vorgeschichte, sondern auch so die Vorgeschichte zum Beispiel von Gus Fring. Oder auch von Mike, den wir auch aus Breaking Bad kennen. Und auch von ein paar kleineren Figuren. Ich liebe Mike. Und die Serie, normalerweise ist es ja immer so, das normale Prequel-Problem, ey, wir wissen ja, Saul wird nicht sterben, weil er kommt ja noch in Breaking Bad vor. Aber die Serie schafft es halt, mit so neuen Figuren einzuführen, die so spannend und interessant sind. Kim Wexler zum Beispiel, eine Anwältin. Wo du auch die ganze Zeit mitfieberst und denkst, was passiert mit ihr? Aber stirbt die jetzt? Oder trennt die sich? Oder was ist mit ihr? Was passiert mit ihr? Wo du halt so stark mit diesen neuen Figuren mitfieberst, dass es dir halt egal ist, dass du weißt, okay, Saul Goodman wird nicht sterben. Und das hat die Serie halt geschafft. Und gerade die sechste Staffel hat alle Register gezogen. Weil so vom Feeling her waren die ersten paar Staffeln immer so ein bisschen, ein bisschen, witziger auch und hat nicht so dieses krasse Kartell-Ding, wie dann auch in Breaking Bad vorkommt. Aber das entwickelt sich halt auch alles und nimmt dann auch zwischendurch echt so richtig krasse Wendungen. Und ich muss das wirklich jedem ans Herz legen. Also der Marco von Nordkultur hat es mir ans Herz gelegt. Ich soll mir das alles anschauen. Ich habe es gemacht und ich sage das euch jetzt allen. Schaut diese Serie, weil wenn ihr Breaking Bad liebt, werdet ihr Better Call Saul ebenfalls lieben und ihr werdet durch Better Call Saul Breaking Bad noch mehr lieben. Ich muss mich wirklich durch diese erste Staffel durchpressen, weil ich hänge halt Ich hänge halt bei Folge 3 oder 4. Ich auch, exakt. Ja, und es zieht sich echt. Krass, hatte ich gar nicht. Okay. Das war nämlich das Ding, ich fand, bei Breaking Bad hat es sich oft mega gezogen. Aber hatte dann richtig krasse Twists und richtig krasse Handlungsentwicklungen. Zu Serien-Staffelfinale auch. Ja, genau. Und einzeln Folgen. Bei Better Call Saul gibt es das weniger, aber ich fand das halt insgesamt spannender. Ich finde, Breaking Bad hat eigentlich einen perfekten Piloten, um einen abzuholen. Also würde ich jetzt behaupten. Aber meine wichtige Frage ist, findest du jetzt Breaking Bad oder Better Call Saul besser? Better Call Saul. Ernsthaft? Ja, definitiv. Es gibt sehr viele, die sagen, dass Better Call Saul besser ist. Ja, ich finde es definitiv besser. Also insgesamt vom Gesamteindruck. Ich habe auch noch nie jemanden gehört, der weitergeschaut hat und dann die Serie schlecht findet. Deswegen ist das eigentlich Empfehlung genug. Ja, ich glaube, man muss wirklich am Ball bleiben. Ja, man muss sich Zeit dafür nehmen, weil die Serie ist ja schon sehr langsam erzählt. Also gerade zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, wie es dann in den späteren Staffeln ist. Und ich glaube, da muss man genug investiert sein in die Geschichte auch von Saul Goodman, was bei mir jetzt noch nicht so unbedingt der Fall war, weil ich dann immer die anderen Breaking Bad Figuren interessanter fand. Also Mike kommt ja auch vor und Gus kommt ja auch noch vor. Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich glaube dann, also ich werde es mir auf jeden Fall mal vornehmen, weiterzuschauen. Ja, guck es auf jeden Fall an. Also ich kann es nur empfehlen. Okay. Alles klar. Ja, jetzt bleiben wir bei Serien. Eine Serie, die ich dieses Jahr geschaut habe, ist Heartstopper. Ist jetzt auch ein krasses Kontrastprogramm. Gibt es aber auch auf Netflix, ne? Gibt es auch auf Netflix, genau. Es ist eine britische Coming-of-Eight-Serie und basiert auch auf Graphic Novels von Elise Oseman. Die habe ich leider nicht gelesen, aber die Serie hat mich mega gepackt. Es geht um Nick Nelson und Charlie Spring, die gemeinsam zur Highschool gehen und sich ineinander verlieben. Und ja, es wirkt jetzt sehr generisch erst mal, wie so eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht um Teenager-Liebe. Aber ich finde, die Serie macht was ganz Erstaunliches. Und zwar, dass sie queere Liebe noch mal ganz, ganz anders porträtiert, als man bisher irgendwie von Netflix oder anderen Serien kennt. Und so ganz frisch und anders. Und Olivia Colman spielt mit, als Mutter von Nick. Sie macht mit, und sie ist einfach nur da, aber sie ist toll. Die beste Mutter überhaupt. Die beste Mutter überhaupt. Und ich fand, das war mal so was anderes, weil hier nicht so viel direkt Probleme auftauchen, wie in anderen LGBTQ-Plus-Repräsentationen, dass das Outing immer so eine große Sache sein muss. Und hier ist es einfach natürlich und irgendwo angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Und das fand ich halt eine schöne Repräsentation. Lenny, du hast sie auch gesehen. Ich fand das auch, was ich super finde, ist halt wirklich, schließt eigentlich genau an das an, was du gesagt hast, dass diese Liebesgeschichte wirklich im Mittelpunkt steht. Und dass jetzt zum Beispiel einfach nicht das Leid von queeren Menschen im Fokus steht, weil irgendwie wird immer eine queere Love Story auch immer mit so ein bisschen Leid, mit Homophobie erzählt. Homophobie existiert auch in dieser Serie, muss, weil das erfahren queere Menschen leider immer noch. Aber ich finde, es wirkt halt trotzdem, ist halt diese Liebesgeschichte zwischen Nick und Charlie im Vordergrund. Das finde ich super. Und man muss wirklich sagen, diese Serie ist verdammt kitschig. Also sie ist unfassbar kitschig. Aber sie ist so schön. Sie ist das eine schöne Kitschig. Genau. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie dann auch romantisch ist und irgendwie so eine Wholesome-Serie für so die Winterzeit, wenn man irgendwie was gucken möchte, was das Herz erwärmt. Also das muss man mögen. Aber mich hat sie auf jeden Fall in dem Zeitpunkt, wo ich das gebraucht habe, war sie sehr schön. Ich habe es jetzt wirklich in der letzten Woche nachgeholt und ich würde es im Nachhinein auch auf jeden Fall in meine Top-Liste packen. Du hast die letzte Woche nachgeholt? Ja, habe ich letzte Woche nachgeholt. Du hast die letzte Woche einiges nachgeholt. Ich habe letzte Woche noch einiges. Ich habe nur auf den letzten Bildern noch mal alles gegeben. Du hast noch mal alle Top-Listen von allen durchgescannt und noch mal alles angeschaut. Aber ich habe noch mal alles nachgeholt. Also für eine Serie, Respekt. Ich habe nur acht Folgen. Ja, okay. Das wäre doch sonst sind noch sechs Stattel. Das hätte ich mir auch noch letzte Woche reinpacken können. Nein, aber ach nee, das ist auch, ich liebe Hartz, aber es ist bittersweet und das ist toll. Du hast aber nur eben gesagt, du magst es nicht so. Genau, die Animationen. Also daran muss man sich auch gewöhnen. Es gibt so Zeichnungen, diesen Zeichnungsstil. Das kennt man vielleicht auch von Schicksal-Sami-Safareta, glaube ich, so ein bisschen. Und das sind so Paper Planes, also so, keine Ahnung, Papierflugzeuge oder irgendwie Stifte am Rand. So kleine Herzchen. Genau, kleine Herzchen. Wenn man zum Beispiel Hartz-Dopper googelt, kommt das auch bei Google übrigens. Das habe ich gestern herausgefunden. Also das ist dann mittendrin, kommt das quasi so auf diese Live-Action-Aufnahmen. Genau. Einfach, dass es von Komiker kommt, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen ein Wink dazu, aber ich fand es jetzt nicht so gelungen, hat mir nicht so gefallen, mich mal schon ein bisschen rausgebracht, aber sonst wirklich empfehlenswert. Ich habe es mir aber auch schon vermerkt, ich werde es mir auch noch reinziehen. Es ist wirklich super. Und damit verabschiede ich mich fürs Erste. Und übergebe an Alper. So, wir wechseln wieder durch. Und ich muss kurz was korrigieren, ich habe eben Bullshit gelabert. Ben Stiller ist überhaupt nicht der Showrunner von Severance, sondern Dan Erickson. Ben Stiller hat aber in den meisten Folgen Regie geführt. Regie? Also ich hatte nur gedacht, dass er irgendwie Produzent war, aber dass er auch Regie geführt hat. Krass. Ja, aber der hat sogar, also in einem Großteil, ich weiß nicht jetzt in wie vielen genau, aber auf jeden Fall in mehreren. Okay, krass. Jetzt hat man mal Zeit, irgendwie die ganzen Sachen nochmal zu googeln. Auf jeden Fall. Da kann man sich korrigieren. Wir sind drei Menschen hier. Sind wir das Triangle of Sadness? Triangle of Happiness. Vor allem auch ein schönes Kontrastprogramm zu der kitschigen, schönen Serie von eben, weil der Film ist nicht gerade kitschig. Nee, nicht wirklich kitschig. Aber er ist realistisch humorvoll. Ja, und er ist in deiner Top-Liste gelandet. Er ist in meiner Top-Liste gelandet, ja. Auf Platz neun, Triangle of Sadness. Genau. Es ist eine Satire von Ruben Östlund. Der hat ja schon in den Jahren davor sehr viel Aufsehen erregt mit seinen Filmen, weil sie immer sehr krass Square vor allem. Square gesellschaftskritisch waren und auch provoziert haben. Und ich finde, das macht auch Triangle of Sadness. Und für mich hat es auf jeden Fall eines geschafft, eines der lustigsten Kinoerlebnisse des Jahres, weil ich da mit Freunden drin war und die wirklich nicht mehr halten konnte vor Lachen. Und das soll schon was heißen. Ich finde, Triangle of Sadness schafft auf jeden Fall sehr klischeehaft, irgendwie manche Themen zu behandeln, dabei trotzdem aber noch was Neues mit reinzubringen, gerade wenn es um so Schönheitswahn oder auch Influencer. Worum geht es denn? Schritt zurück. Schritt zurück. Worum geht es? Es geht eigentlich um ein Paar, was auf eine Kreuzfahrt fährt. Der Mann ist Model und sie ist eben auch Influencerin. Und das ist ihr Hauptberuf. Und genau, sie fahren eben auf diese Kreuzfahrt, wo es auch einen Kapitän gibt, der nicht wirklich auftaucht. Und zwar wird er gespielt von Woody Harrelson. Auf jeden Fall. Wirklich. Und es gibt dann markante Personen auf dem Schiff. Auch ein russischer Oligarch, der auch seine Frauen mit an Bord nimmt. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern möchte. Und Tochter. Ach stimmt, das war die Tochter. Oh wirklich? Ich dachte, das wären seine... Oh, okay. Dann habe ich das missinterpretiert. Oder ich habe es fehlerinterpretiert. Vielleicht ist hier auch noch eine Incest-Kritik drin. Oh Gott. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das so... Aber nee, ich weiß es gar nicht. Ich habe das so interpretiert. Okay, alles gut. Aber vielleicht... Ich war aber auch gehadert. Ich habe mir gedacht, ist das jetzt die Tochter? Ja, genau. Kann aber auch sein. Man muss ja auch dazu sagen, das Irre dieses Films kommt ja daher, dass es eine Kreuzfahrt ist für Superreiche mit einer Angestellten auch an Bord, deren einziges Berufsziell, Lebensziel ist es, diesen Superreichen jeden Wunsch von den Lippen zu lesen, der auch nur ansatzweise existieren könnte. Der Kapitän des Schiffs ist aber ein Kommunist. Ein amerikanischer Kommunist, der halt auf diesen russischen Kapitalisten auch trifft und dann dieses Schiff komplett ins Chaos stürzt. Ja. Und das Chaos kennt irgendwann einfach keine Grenzen mehr. Also dieser Film überrum... Also der ist wie so eine Lawine. Es wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer und es wird immer irrer auch. Und das hat mich persönlich am Film so sehr gefreut, dass du in jeder Szene nicht wusstest, was die nächste Szene sein wird. Und da kommt ständig eine neue Idee um die Ecke. Wirklich krasser Film. Ja, und das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen rausfällt für mich in dieser positiven Bewertung, ist, dass der Film extrem lang ist und auch in der zweiten Hälfte noch mal ein ganz anderes Setting hat, wo der Film mich auch ein bisschen verloren hat dann und er sich auch sehr lang angefühlt hat. Ich glaube, wäre er ja noch komprimierter gewesen, dann hätte er es bei mir noch höher geschafft. Er will so eine sehr, sehr, sehr weite Kurve noch schlagen. Ja. Diese gesamte Grundidee noch mal komplett auf den Kopf stellen. Ich habe die Intention komplett verstanden und auch gefeiert, aber tatsächlich sorgt das so für Längen im Film. Also habe ich tatsächlich genauso empfunden. Aber ich fand dann aber doch die Idee so gut, dass das noch mal auf die Spitze getrieben wurde von so diesem Clash von ArbeiterInnen und eben so sehr, sehr reichen Menschen, die sehr privilegiert sind und noch nie in ihrem Leben in irgendeiner Extremsituation waren und sich alleine behaupten mussten. Das fand ich halt sehr ... Also ich fand es einfach extrem lustig. Ja, ich auch. Ich bin ein bisschen kritischer, was den Film angeht, weil ich finde, der fühlt sich an wie mehrere Filme in einem. Okay. Weil ich finde auch das Problem, also nicht problematisch, sondern ich weiß nicht, ob ich es so gut finde, dass gerade diese zwei Protagonistinnen da, ja, also dieses Paar im Vordergrund steht, weil das hat, finde ich, auf diesem Schiff irgendwie für mich dann wenig Relevanz. Nur noch, weil ich finde, dann sind diese anderen Figuren viel, viel interessanter. Und auch bei dieser Endsituation, finde ich, wirkt diese Liebesgeschichte von den beiden, beziehungsweise dieser Clash, den die beiden ja haben, ein bisschen fehl am Platz. Da hätte ich mir lieber irgendwie noch was von den anderen gewünscht. Aber wenn die letzte Stunde halt für mich ein bisschen so abfällt, finde ich es halt ganz super, dass da eine Hierarchie-Umstrukturierung stattfindet und dass es halt so ein bisschen dann auch nochmal diesen Kontrast zeigt. Und ich glaube, das kann man schon sagen, dass es viel gekotzt wird in diesem Film. Und das ist wirklich unfassbar witzig. Auch hier geht es um sehr viele Körperflüssigkeiten. Ja, das stimmt. Das ist super. Irrewitziger Film. Und allein, dass man so Bilder noch nie gesehen hat, also ich weiß nicht, ich glaube, das lag auch bei mir sehr an diesem einen Erlebnis, weil ich wirklich aus dem Kino gegangen bin und mir so die Tränen aus dem Gesicht wischen musste, weil mich das dann so mitgenommen hat, Humormäßig. Aber, dass man die noch nicht gesehen hat, das stimmt nicht ganz. Hast du mal Werner Beinhardt gesehen? Nee. Ja, aber das ist ja die Frage, auf das Land der Relativ anknüpfen kann. Anderer Film, anderes Thema. Wie hat dich denn Red Rocket oder euch Red Rocket mitgenommen? Nicht tatsächlich mehr als die aller, allermeisten. Vorher glaube ich. Hat der auch total mitgenommen. Hat der? Ja. Weil, also in diesem Film muss man sagen, der ist von Sean Baker. Und Sean Baker ist ein sehr spezieller Indie-Regisseur. Auf jeden Fall. der halt wirklich sich um Schicksale kümmert. Und hier geht es um eine Figur, die von Simon Rex gespielt wird. Und Simon Rex kennt man aus Scary Movie eigentlich. Also, fragt mich so, hm, ist der Eminem später? Dieser Indie-Film, oder? Scary Movie? Genau, dieser Indie-Film. Genau, wirklich. Und da fragt man sich so, ja, ist da die Quantität wirklich da? Und die ist wirklich da. Absolut. Weil, der spielt hier ... Es geht ja, es geht um einen Mann, der in L.A. lebt und Pornodarsteller ist. Sehr erfolgreicher Pornodarsteller. Simon Rex auch übrigens selber mal war. Genau, was er tatsächlich mal war, der Mann, der Schauspieler. Und er kehrt aber, es kommt zu einem Zerwürfnis in L.A., das auch nicht genauer erklärt wird. Er beschließt auf jeden Fall zurück, in seine Heimat zu ziehen. Und dort lebt seine, ja, eigentlich Ex-Frau, aber sie sind, glaub ich, noch verheiratet offiziell. Aber schon seit Jahren nicht mehr zusammen. Und er beschließt da, sich einfach, ja, hineinzuzacken. Und genau das ist dieser Mann. Er ist ein einziger Parasit, der sich überall wirklich nur das rauszieht, was er für sich gewinnen kann, ist ein Egoist durch und durch. Also wirklich, das zieht sich durch sein gesamtes Leben. Er ist Parasit durch und durch. Und das ist wirklich, war für mich ein absolut erstaunliches Filmerlebnis, das ich so selten zu sehen bekomme im Kino. Weil diese Figur wirklich so, also diese Figur wirkt wie aus dem Leben gegriffen. Also ich hab zu jedem Zeitpunkt, hat sich dieser Film angefühlt, als wäre das ein echtes Leben, real life. Gleichzeitig ist diese Figur so durch und durch unsympathisch. Das ist das krasse Kontrastprogramm zu dem, was dir Hollywood sonst abliefert mit Helden und Figuren, die du liebst und Save the Cat. Und du musst Figuren, du musst dich mit denen identifizieren. Und das ist das genaue Gegenteil, bewusst dieses krasse Gegenteil. Und du siehst dieser Figur zu und kannst das teilweise nicht fassen, was da alles passiert. Und er in Anführungsstrichen verliebt sich dann auch in so einen 18-Jährigen oder wie alt ist die? Ich weiß nicht, auf jeden Fall sehr jung. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Es würde jetzt bei dem Film mich nicht überraschen, wenn sie auch jünger wäre. Die halt in einem Donutladen arbeitet. Genau. Und diesen Film einzorten ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube auch wirklich, dass das nicht für alle Menschen ist, weil ich glaube, viele gehen da rein und fragen sich, was sollte das denn? Schwer einzuordnen, aber für mich wirklich ein total interessantes Filmerlebnis aufgrund von Simon Rex vor allem, diesem Hauptdarsteller, der diese Figur halt einfach total glaubwürdig und facettenreich spielt. Und ich fand den toll. Ich fand den auch toll. Also ich finde, das klingt interessant. Mal was anderes als so einen Protagonisten, mit dem man sich identifizieren muss. Ja. Also klingt cool. Und Sean Baker hat zuletzt, ich habe gerade geguckt, ja, zuletzt 2017 The Florida Project gemacht, einen Film mit William Dafoe. Den mag ich auch sehr gerne. Ja, den habe ich auch sehr gefeiert. Und ich empfehle auch allen, Sean Baker auf Instagram zu folgen. Das ist ein toller Instagram-Account. Toller Mann, toller Regisseur. Und ich bin sehr, sehr heiß auf Gieden seiner Filme. Ist das eine A24-Produktion? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Aber es klingt auch so. Aber wirklich dieses, dass der so unsympathisch ist, das finde ich auch wirklich, wirklich krass. Das ist krass, ne? Weil irgendwie ist man trotzdem total bei dieser Geschichte. Und man denkt sich halt wirklich so, wieso zur Hölle machst du das? Wie weit gehst du noch? Weil es gibt eine Szene, wirklich, da, ja, da nutzt er seinen Freund aus. Ja. Also seinen Freund. In Anführungszeichen, ja. Halt wirklich, weil sein Kumpel denkt, dass die total befreundet sind. Aber für ihn ist das mehr so ein bisschen Ausnutzen der Freundschaft. Und da passiert ein wirklich krasser Schicksalsschlag. Total. Und ich hab mir gedacht, was zur Hölle bist du eigentlich für ein Arschloch? Aber genau das ist es ja. Das hat dieser Film geschafft, was wenige Filme schaffen. Ich hab im Kinosaal angefangen, mich selbst zu hinterfragen, warum ich es trotzdem als Mensch schaffe, mich irgendwie mit ihm zu identifizieren und ihn irgendwie, und ihn so faszinierend finde und das alles auch verfolge und gucke und irgendwie. Und das schafft halt Simon Rex irgendwie, diese abgrundtief verabscheuungswürdige Figur zu spielen. Die aber, also, es ist nicht, also es ist jetzt kein Serienkill oder sowas, der rumrennt und wirklich brutalste, ekelhafteste Sachen macht. Er nutzt dann einfach Leute aus. Er nutzt Menschen aus. Er nutzt Menschen um sich herum, und zwar jeden Menschen um sich herum aus. Und selbst Menschen, die eigentlich total ihm gegenüber total wohlwollend sind und ihm auch das Beste von ihm wollen. Aber das ist natürlich auch faszinierend. Also, das ist ja so diese selbstsüchtige Art des Menschen vielleicht auch. Und das dann mal auf Leinwand porträtiert zu sehen, sieht man ja auch nicht irgendwie. Genau das ist es. Und genau deswegen war Red Rocket für mich so ein einmaliges Kinoerlebnis. Vor allem Sean Baker hat auch gesagt, dieser Film ist entstanden, das war irgendwie innerhalb der Corona-Pandemie, er hat an einem anderen Film gearbeitet und dann ist ihm diese Filmidee gekommen und er hat das innerhalb kürzester Zeit irgendwie niedergeschrieben und hat dann auch beschlossen, das zu drehen und das zu realisieren. Auch das Studio hat irgendwie gesagt, ja, lass es uns tun. Hat Simon Rex angerufen, willst du das machen? Und er hat irgendwie nach Ja gesagt, das Drehbuch innerhalb von ein, zwei Tagen gelernt und ist irgendwie drei Tage später dann dahin gefahren und hat das bereits angefangen zu drehen. Also, das war so ein wirklich so ein Last-Minute-Projekt. So ein Spontanprojekt. Und ich glaube, also normalerweise ist das ja ein gutes Rezept dafür, dass so was schief geht. Und genau dieser Zauber wohnt diesem Film auch inne, finde ich. So, man merkt das. Und gleichzeitig hast du halt auch nicht nur diese Figur, die halt die Lebenskraft, die Lebensenergie und alles aus den anderen Figuren herauszieht, das spielt auch noch in so einer ganz besonderen Region in den Südstaaten, in denen, wo du überall halt wirklich Industrie hast. Und das Öl wird wirklich, du siehst das überall, diese Gerätschaften, die das Öl aus dem Boden ziehen. Und das ist halt so, fand ich dann auch so wahnsinnig interessant. Du hast halt das, was diese Figur macht, hast du halt auch in der gesamten Landschaft. Also die Parallele dann eben, dass das auch so alles aus seiner Umwelt sozusagen zieht, was gut ist. Und Sean Baker ist anscheinend wirklich tagelang durch die Südstaaten gefahren, um diese Stadt zu finden. Und ja, also es ist das perfekt. Irgendwie passt die Hintergrundgeschichte, also macht mich noch viel mehr interessiert jetzt an dem Film irgendwie als der Film. Und was dich vielleicht auch noch mehr interessieren würde daran, ist das Song von Sink. Nämlich von Bye Bye Bye. Ich hab den danach auch drauf und runtergegeben. Ja, kann ich verstehen. Aber auch die Coverversion, die es in diesem Film gibt, die ist super. Das stimmt. Weil den Song, den man kennt, dieses Bye Bye Bye. Genau, der spielt eine ganz große Rolle in diesem Film. Nicht schlecht. Aber eine noch irrere Geschichte ist eigentlich der Film, den hundertprozentig da draußen auch so gut wie niemand gesehen hat, weil der Film komplett untergegangen ist in Deutschland. Aber zu hundert Prozent nämlich Onoda. Gar nichts davon gehört. Ja, absolut wirklich auch nicht bei mir. Wirklich. Also der ist hier quasi nicht angekommen. Und ich finde das sehr schade, weil es ein toller Film ist. Zehntausend Nächte im Dschungel ist so der Untertitel von dem Film, der Zweittitel. Es geht um einen Menschen, der so wirklich existiert hat und dem das, was in diesem Film passiert, auch wirklich widerfahren ist. Es gibt sogenannte, okay, das wird jetzt wirklich historisch und es tut mir leid, wenn ich was Falsches sage. Ich passe sehr auf. Kannst du ja gleich nochmal googeln. Ja, hab ich sogar schon im Vorfeld. Im Zweiten Weltkrieg gab es sogenannte Holdouts. Das waren Menschen, man kennt diese Geschichten, die vom Kriegsende zum Beispiel nicht gehört haben, nicht davon mitbekommen haben. Oder das nicht geglaubt haben, dass der Krieg wirklich zu Ende ist, 1945. Und es geht um einen Mann namens Onoda Hiro. Der wurde auf der philippinischen Insel Lubang stationiert mit seinem Trupp. Und da sind ihm wildeste Dinge widerfahren. Und im Endeffekt war er 10.000 Nächte im Dschungel bis in die 70er hinein. Also 29 Jahre war der auf dieser Insel. Und er hat halt gedacht, er kämpft hier immer noch für das japanische Kaiserreich. Und der Zweite Weltkrieg läuft noch. Und ja. Das ist eine unglaubliche, wahre Geschichte. Unglaubliche Geschichte. Und die ist wirklich wahr. Und die ist auch so wahr. Krass. Und selbst der Bruder von diesem Onoda Hiro stellt diese Frage, die sich alle fragen. Ist das einfach ein unglaublich gehorsamer, Vaterlandsliebender Held? Oder ist das ein Narr? Ist das ein Idiot? Der einfach ... Also wie kann man das ... Und auch mental. Also vielleicht ist ... Ich meine, ich stehe mir vor, in so einer Dschungelregion, dass das ja jetzt auch nicht sehr ... Kann man nicht davon reden, dass es schön ist, da zu wohnen, oder? Nee, absolut nicht. Der hat sich mit der Zeit abgefunden. Ja, nein. Der hat 29 Jahre da im Dschungel gelebt. Aber ohne Behausung. In einer selbstgebauten Behausung. Ach krass. Diese Behausung wird natürlich auch immer irgendwie krasser und krasser. Aber ja, das hat damit angefangen, dass er da im freien Himmel geschlafen hat. Und es ist eine unglaubliche Geschichte, die man so nicht für wahr hält. Aber sie ist tatsächlich passiert. Schafft der Film es denn dann auch, da auch nichts dazu zu dichten? Also ich finde immer, wenn es um wahre Geschichten geht, die dann auf die Leinwand gebracht werden, ist ja immer so die Frage von, ich meine, Hollywood-Produktion wird es ja wahrscheinlich nicht sein, oder? Nein, das ist aus Japan. Ja, ja, okay. Ob dann da genau noch vielleicht was für die Dramaturgie verdichtet wird? Also das kann ich nicht sagen. Also in den Details, das weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann, dass es wirklich war, dass dieser Onoda Hiro das geglaubt hat und 29 Jahre auf dieser Insel stationiert war als Soldat und auch weiter gekämpft hat. Und auch tatsächlich auf verschiedenste Kontaktaufnahmen nicht reagiert hat. Und das teilweise auch nicht geglaubt hat. Also genau das ist dieser Film halt auch. Er beschäftigt sich auch sehr intensiv mit dieser Figur, mit dieser Person Onoda Hiro. Wie kommt ein Mann dazu, 29 Jahre lang genau das zu tun? Und ist es Irrsinn oder ist es etwas, was wir bewundern sollten? Oder so eine Mischung aus beidem? Sehr interessanter Film. Man sollte dazu wissen, diese 29 Jahre, die zu erzählen. Also man muss ja als Zuschauer oder als Zuschauerin auch ein Gefühl dafür bekommen, dass es eine wahnsinnig lange Zeitspanne ist. Es sind 10.000 Nächte. Und das macht der Film halt eben über Zeitsprünge und so weiter. Aber der Film ist auch lang. Also er ist fast drei Stunden lang. Also das sollte man wissen. Aber da On Location gedreht und er sieht auch fantastisch aus. Und es ist eine Geschichte, die mich irgendwie auch nicht losgelassen hat. Also mich hat der Film auch sehr irgendwie berührt. Und ich fand es sehr schade, dass er so untergegangen ist. Also hat sich der Serie getragen über die Zeit? Ja, ja doch. Aber er ist jetzt nicht, also man darf jetzt kein Actionfilm oder sowas. Er ist, wie heißt das Wort, kontemplativ. Er ist ja, also er denkt zum, er regt zum Nachdenken an. Er ist, ja, er erreicht so eine philosophische Tiefe auch. Und dafür braucht er halt auch seine Zeit. Wie lange ist dein Bad am Ende? Das ist auch ein Thema, ja. Allgemein Körperhygiene und so weiter ist alles auch ein Thema. Aber ist es dann so auch wirklich mehr, also dann halt einfach versuchen, irgendwie mit dieser Gesamtsituation so klar zu kommen? Oder hat es auch so ein bisschen, ja, Überlebensaspekte? Beides. Okay. Beides. Gut. Ja, total. Nee, von daher sehr große Empfehlung von mir. Ein absoluter Geheimtipp dieses Jahr. Man muss aber draufstehen. Ja. Was ist denn Aftersun? Ein Film, auf den ich auf jeden Fall stehe, weil ich gehe da heute Abend ins Kino. Ich bin schon richtig gehypt. Sehr gut, freudig, freudig. Den kann man nämlich aktuell im Kino gucken. Und es ist eigentlich mein Film des Jahres, wenn es nach dem Original Release Kalender geht. Es ist Aftersun, ein Regie-Debüt von der Regisseurin Charlotte Wells. Und das ist, das ist, also, es ist der Hammer. Es ist wirklich. Warum? Es ist der Hammer. Wegen Paul Maskell. Genau, wegen Paul Maskell. Der spielt da mit und den kennt man aus Normal People. Und dieser Film, der hat mich emotional so gebrochen, wirklich. Man darf eigentlich echt nicht so viel über diesen Film sagen, weil das kann echt gewisse Sachen wegnehmen. Aber ich versuche es wirklich so spoilerfrei mäßig wie möglich zu machen. Also es geht halt um einen Vater, der Urlaub mit seiner Tochter in der Türkei macht. Und die beiden haben ja ein sehr gutes Verhältnis anscheinend. Und sie unternehmen halt viel zusammen. Und der Film zeigt halt eigentlich auch am meisten nur, wie die beiden halt irgendwelche Aktivitäten machen. Das reicht bei mir auch schon, um emotional angepasst zu sein. Ich bin ehrlich. Es ist wirklich so. Und Paul Maskell und vor allem die Darstellerinnen seiner Tochter, die machen das wirklich großartig. Es ist wirklich super. Frankie Corio. Ja, die ist wirklich super. Normalerweise hat man ja auch wirklich... Bei Kinderschau-Spielern immer. Richtig, denkt man manchmal so, boah, bist du nervig. Aber hier wirklich, es ist zuckersüß. Und es bahnt sich in diesem Film eine Sache an, die niemals in diesem Film angesprochen wird. Sie wird nicht einmal irgendwie halt irgendwie thematisiert, aber durch Bilder erzählt, die immer wieder so eingeworfen werden. Und das reicht halt schon aus, um wirklich komplett emotional zerstört zu sein. Und ich finde es super, wie dieser Film es schafft, halt irgendwie so eine krasse Thematik so anzudeuten und wirklich nur über Bilder so etwas zu erzählen. Also durch so assoziative Einschiebe dann? Genau. Okay. Exakt. Und ich finde, das ist der Wahnsinn. Das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Und für ein Regiedebüt ist das wirklich krass. Paul Maskell ist super. Ich finde auch, ich habe die Trailer gesehen und war dann auch direkt hyped, weil ich finde, der sieht sehr, sehr schön auch aus. Also sehr ästhetisch, also sehr so avantgarde, auch so ein bisschen sehr stilles Kino. Also korrigiere mich, wenn es anders war. Und ich fand das dann auch spannend gewählt, dass Paul Maskell ja auch einen sehr jungen Vater spielt. Und dass man sowas persönlich ich auch noch nicht so oft gesehen habe. Ja, ich bin gespannt. Ich bereite mich schon mal darauf vor, dass ich weine heute Abend. Also mal gucken. Ich berichte gerne. Ja, mache ich. Ich war danach wirklich echt nicht ansprechbar. Und nein. Ich war so. Oh Gott. Aber ich muss halt eine positive Sache. Ich finde, kein Mensch kann Shorts so sehr tragen wie Paul Maskell. Das stimmt. Das ist aber auch in Normal People schon der Fall. Das ist aber wirklich so. Der Mann hat wunderschöne Beine. Der hat wunderschöne Beine. Okay. Es ist wirklich so. Wie wir hier beide einfach nur so total die Crushes auf Paul Maskell haben. Der Film ist total mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Der läuft eigentlich im Kino. Hol dir holen. Also guckt den. Mich erinnert das übrigens so ein bisschen. Habt ihr mal meinen Sohn gesehen? Den wollte ich auch gesehen haben. Der von Anker Engel. Ja, genau den. Weil das hat mich grad total an den erinnert. Der ist mit Jonas Dassler. Das ist der, der nicht wiederzuerkennen ist in Der Goldene Handschuh. Und es geht um den Sohn. Der ist so 20, 19, 18, 17, irgendwie sowas. Der einen sehr krassen Skateunfall hat. Dabei auch fast stirbt. Und dann beschließt, zu so einer Klinik zu fahren. In der Schweiz oder so. Und dann macht er halt mit seiner Mutter diesen Roadtrip. Und die beiden sind sehr verfeindet. Und man lernt sehr viel über die beiden kennen. Man lernt sehr viel über die beiden. Und über die Familiengeschichte. Und man trifft dann auch Familienmitglieder. Und es ist auch ein Film, in dem es ist so ein Roadtrip-Film, der sehr nachdenklich ist. Aber auch dann doch recht berührend ist. Also wirklich auch ein Filmswert. Ich hab den leider nicht geschaut. Aber ich glaube, Anker Engelke mal in einer ernsten Rolle, finde ich auch. Das funktioniert. Also sie ist großartig in dem Film. Ich hab sie jetzt auch in einem Trailer gesehen, wo sie irgendwie so. In Mutter? Genau, in Mutter. Den fand ich auch sehr interessant. Also irgendwie nach dem Motto. Was miteinander zu tun? Mutter und mein Sohn? Nee, ich glaube, nee, nee, nee. Ist das so ähnlich jetzt wie bei The Father und The Son? Nee, nee, nee. Ja, vielleicht. Mutter ist mehr so ein Doku-Ding, wo sie die Lebensgeschichten von verschiedenen ... Ich hab den aber noch nicht gesehen. Aber sie spielt da die Lebensgeschichten von verschiedenen echten Müttern. Und die sprechen teilweise ... Das, was sie sagt, sprechen diese Menschen. Und sie spielt das und bewegt die Lippen dazu. Ja, also sie mambelt dann so mit, wenn die Mütter dann ihre Geschichte erzählen. Und ich find, der Trailer ist wirklich sehr gut. Also der macht Lust auf den Film. Deswegen hab ich mir auf jeden Fall vorgenommen, den anzuschauen. Ja, das klingt so interessant. Ja, interessante Filme aus Deutschland. Viel Spaß. Heute Abend bei Auftrags. Ja, werd ich haben. Dann verabschiede ich mich mal. Wir rutschen wieder weiter und rufen Marius dazu. Da bin ich wieder. Und wir starten direkt durch mit einer Serie, die auf einem Spiel basiert, das auf einem Pen & Paper basiert. Cyberpunk. Wahnsinn. Du hast iPads gesehen und gefeiert. Ja, ich will's gar nicht so lang machen, weil ich hab jetzt in echt vielen Podcasts darüber gesprochen. Cyberpunk Age Runners fand ich wirklich cool. Hat mich total überrascht. Ist eine schnelle Serie, eine sehr schöne. Sie sieht abgefahren aus. Sie ist wahnsinnig schnell erzählt, aber gleichzeitig auch äußerst gefühlvoll. Also grad die Figuren haben mich sehr abgeholt. Und das war so eine Sache, an der hätte es scheitern können. Es ist kein Style Overs Upsons. Und ich fand die Serie, ja, ich fand die ziemlich krass. Also mich hat das sehr überrascht. Ich hab die erste Folge gesehen und fand's auch super interessant. Ich hab's dann auf meiner Watchtest gepackt, aber ich hab's zeitlich noch nicht geschafft. Ich hätte so ein bisschen mehr gefeiert, wenn der Stil so ein bisschen mehr Anime-80er gewesen wäre. Ja, kann ich verstehen. Weil es ist halt ein bisschen 80s. Aber das ist immer ... Nichtsdestotrotz, also ich kann Cyberpunk Age Runners nur empfehlen. Ist auf Netflix in ganzer Länge. Ich hab auch wirklich, also ich hab einen Kumpel, der ist wirklich Hardcore-Anime-Fan. Und der sagt selbst, das ist wirklich eine der besten Anime-Serien, die er so in den letzten Jahren gesehen hat. Und ich bin total ... Ich hab so Bock. So tief bin ich nicht im Anime-Ding. Also das sag ich ja auch immer wieder. Ich bin kein, nicht der allergrößte Anime-Fan. Aber Cyberpunk Age Runners hat mich sehr abgeholt. Nicht so sehr. Ein Film, der bei dir auf Platz 8 ist. Wow, Lenny, ja. Obwohl, der ist auch animiert. Nämlich von Kit Cuddy, ne? Ja, richtig. Intergalactic. Richtig. Ja, Intergalactic ist ... Man sollte eher sagen, es ist weniger ein Film als ein visuelles Album. Ja. Und wenn man mit der Erwartung an diesen Film rangeht, finde ich, funktioniert der auch. Ich bin ein riesiger Kit Cuddy-Fan. Deswegen hat das für mich vielleicht auch funktioniert. Aber es ist eine Rom-Com in einem Animationsfilm. Ja, Alter. Liebst du es natürlich? Und ich finde, das hat perfekt funktioniert. Vor allem, das ist ja sehr inspiriert von Into the Spider-Verse. Mit weniger FPS. Ganz genau, ja. Muss man auch mal hier sagen. Das ruckelt manchmal. Ja, das hat, glaube ich, auch viele ein bisschen abgeschreckt. Ich fand's super. Und auch Kit Cuddy spricht auch selbst mit. Der spricht den Protagonisten. Und Timothee Chalamet spricht zum Beispiel auch mit. Einfach, weil die beiden auch befreundet sind. Und ich finde, auch wie die Musik. Und er kifft die ganze Zeit. Er kifft die ganze Zeit. Aber er kifft die im Gesamtenfeld. Was passiert so für Leute, die jetzt so gar nichts damit anfangen können? Was heißt denn, dass es ein Album ist? Es spielt in New York. Es spielt in New York, richtig. In Brooklyn, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau. Aber es geht halt um diesen Typen, der, was ist der nochmal vom Beruf? Er ist Grafikdesigner. Grafikdesigner. Also Street Artist. Also Comiczeichner. Er ist Street Artist. Genau. Graffiti-Künstler und Comiczeichner. Und er verliebt sich in seine Nachbarin. Okay. Rund. Ende. Also das ist auch wirklich, also darum geht es auch in dem Film. Es passiert nichts von filmischem Belang. Aber es sieht echt gut aus. Also es gibt halt wirklich so Träumereien zwischendrin. Und auch wirklich, wenn er high ist, dann gibt es wirklich weirde Trips. Aber die sind echt super inszeniert und verweben sich auch sehr gut mit der Musik, finde ich. Also es funktioniert wirklich perfekt als visuelles Album. Das muss ich wirklich sagen. Als Film vielleicht dann eher weniger, wenn man wirklich mit der Erwartung rangeht, okay, ich gucke hier einen Film. Aber als visuelles Album, schrägstrich dann Film, hat es für mich wirklich sehr gut funktioniert. Also sowas wie ein langes Musikvideo vielleicht? Ja, ja. Aber schon mit einer Geschichte. Es ist schon sehr viel Zoll. Unzeltalbum, Video. Ja, das ist halt das Ding. Dieser Film ist, was das angeht, relativ schwer einzuholen. Ja, genau. Es ist schwer einzuholen. Aber ich fand es super. Ich fand den auch wirklich witzig. Also vor allem dann die Kiff-Freunde von denen waren wirklich super. Und ich fand auch die Romanze süß. Ja. Also wirklich. Kann ich. Ich bin da aber auch sehr schnell abzuholen. Würde ich unterstreichen. Das Wort Romanze beginnt mit R. Der nächste Film. R, R, R. Romanze, Romanze, Romanze. Wofür stehen nochmal diese drei R's? Rise, Revolt, Revenge. R, 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 R. Ich weiß es nicht mehr. Geil. R, R, R. Ebenfalls auf Netflix. Der ist so richtig erwachsen, der Film. Triple R-rated. Ja, okay. Ja, das ist ein indischer Film. Es ist ein Bollywood-Film. Du hast ihn auch gesehen, Lenny. Ich habe ihn gesehen. Und ich glaube, mich wie hoffentlich so viele andere auch, hat dieser Film jetzt endlich mal so richtig für Bollywood-Produktionen begeistern können. Ja, also je nachdem, welche Bollywood-Produktion. Richtig, genau. Wenn die in diesem Maße sind, dann ja, auf jeden Fall. Und das ist wirklich, also ... Wenn mehr Bollywood-Produktionen so wären, wäre ich, glaube ich, auch Riesen-Bollywood-Fan. Ich glaube auch, aber das ist Wahnsinn. Also man kann auch schwer beschreiben, worum es in diesem Film geht, weil dieser Film ist irgendwie alles auf einmal. Der Film ist alles. Der Film ist jeder Film dieses Planeten auf einmal. Exakt, das ist halt wirklich so. Der hat auch alles. Es gibt eine irre Tanzsequenz. Es gibt Tanzsequenzen, es gibt Freundschaftsequenzen, es gibt Actionsequenzen, es gibt Comedysequenzen, es gibt ... Das ist also wirklich, dieser Film hat alles. Ist das denn auch so ein Bollywood-Film, wo diese Actionsequenzen vollkommen drüber sind? Absolut. Vollkommen zu. Und das ist geil. 100 Prozent. Und das ist halt toll, weil so was sieht man halt einfach nicht im Standard-Hollywood-Kino. Weil man sieht da einfach nicht so eine Szene, wo ein Typ mit einem Laster auf einen riesigen Schlossplatz crasht und dann mit ihm tausend Tiere aus diesem Laster rausspringt und er in Angriff startet. Also es ist ... Es ist super. Das ist jetzt witzig. Ich will jetzt auch nicht so tun, als würd ich mich ... Übrigens, Rise, Roar, Rebord war das. Also warte, Roar, also Roar, 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 Roar. Ja, was Löwen tun. Ja, es geht halt so um zwei sagenhafte Gestalten aus dem indischen Widerstand gegen die britische Besatzung und darum dreht sich der Film. Einen halben historischen Kontext, aber der wird schnell auch über Bord geworfen. Es ist ein loser wahren Tatsache. Trotzdem wahnsinnig unterhaltsam und sehr gefühlvoll. Der dauert auch drei Stunden. Oh, und sieben Minuten, ja. Man, der ist lang. Der ist länger als der Pate. Also, der ist schon lang. Aber hier passiert halt wirklich so viel, dass ich finde ... Man verliert auch stellenweise in den Überblick. Also das will ich auch mal sagen. Also ich hab da stellenweise wirklich auch gedacht so, hm, okay, was passiert hier eigentlich noch? Ja. Aber er macht super viel Spaß. Auf jeden Fall. Sieht gut aus und ... Kann nicht nur zustimmen. Also hat auch für so einen ordentlichen Hype gesorgt international und das auch meiner Meinung nach zurecht. Ist auf Netflix, kann sich jeder, der Netflix besitzt, sofort ansehen. Richtig. Sehr schön, sehr schön. Damit kommen wir zu dem weiteren Irrenfilm auf unserer Liste, den ich explizit nicht auf meine Top 10 gepackt hab, obwohl ich den wahnsinnig witzig fand. Er ist wirklich wahnsinnig witzig. Die Rede ist von Jackass Forever und ich kann auch verstehen, wir kommen gleich wahrscheinlich zu der Kritik, die du auch nicht so ein Film hast, und ich kann es voll verstehen. Ich gehe da auch absolut mit. Aber ich bin das erste Mal in diesem Jahr in meinem gesamten Leben auf Jackass gestoßen. Ich habe Jackass nie geguckt und ich habe wirklich alles dieses Jahr nachgeholt. Jackass hat meine Persönlichkeit geprägt. Ich gucke das ja seit meiner frühesten Jugend. Ich gucke das ja seit 20 Jahren. Und ihr seht es wahrscheinlich auch nicht hier ohne Jackass, ne? Nee, absolut. Jackass hat es wirklich, also man darf das nicht unterschätzen, was das für einen Stellenwert in meinem Leben hat. Ich kann mich an die Tage erinnern, wie ich mit 13 oder sowas mit meinen besten Freunden nachts irgendwie dann vom Fernseher saß, MTV geguckt hab, als die Serie halt noch wirklich lief, die Jackass-Serie. Und wir haben das auch tatsächlich, das traue ich mich kaum zu sagen, wir haben es teilweise nachgemacht. Aber es ist doch eine Warnung, dieser Togenkopf sagt. Nein. Das waren Helden für mich. Also wirklich, es waren Helden. Heute sehe ich das Ganze so ein bisschen differenzierter und kritischer. Stehe aber trotzdem dazu, dass ich jeden einzelnen Jackass-Film, also das war dann auch diese Phase, als Jackass der Film irgendwann rauskam, der erste Film, war ich extrem skeptisch. Kann das als Film funktionieren? Muss es jetzt sein? Es funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Sogar besser denn je vielleicht. Also ich finde wirklich jeden einzelnen Film auch unheimlich lustig. Ist natürlich wahnsinnig kindischer Humor. Das ist sehr kindischer Humor, aber ich finde, das muss auch mal sein. Genau. Bitte, sorry. Kein Problem. Ich war immer hin und hergerissen zwischen, boah, ist das so infantil doof. Und dann guckt man so, boah, ich finde es irgendwie trotzdem richtig geil einfach so. Ich weiß nicht, in welchem Film es war. Ich glaube, in 3D, Jackass 3D, da haben die diese Schlusssequenz, da haben die diesen Trickshot-Trend nochmal aufgenommen. Und 30 Minuten oder 40 Minuten dieses Films bestehen nur daraus, dass verschiedenste Bälle in die Genitalien der Leute geworfen werden. Aber halt aus den irrsten, die sind auf einem Flugzeugträger und machen das zum Beispiel. Und ich sitze halt wirklich da und denke nur, warum ist das das Witzigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe? Es ist einfach drüber. Es ist einfach drüber. Es ist so, next level. Du gibst einfach dummen Kindern das größtmögliche Budget und dann kommt das dabei raus. Aber sie haben auch wirklich alle selbst Spaß und es ist wirklich deren große Leidenschaft, sich Sachen in die Eier zu hauen. Und ich fand es super, ich habe wirklich alles nachgeholt. Ich habe die Serie nachgeholt, ich habe die ganzen Filme nachgeholt. Und dann habe ich mir Jack is Forever gegeben. Und ich fand es irgendwie schön, all diese alten Typen nochmal zu sehen. Und sie sind wirklich alt. Ja, total alt. Eine neue Crew, die super funktioniert. Genau, absolut. Wo ich auch skeptisch war, aber die haben da einfach einen neuen Typen, der heißt Pupis und das erklärt schon eigentlich alles. Und Rachel Wolfson, also die haben das erste Mal eine Frau auch dabei. Und ich finde, die ist, die ist, also die hält auch so viel mehr aus als alle anderen von denen. Aber leider kriegt sie zu wenig Screentime, finde ich, in diesem Film. Ja, es sind sehr viele Menschen jetzt in diesem Film. Es sind wirklich sehr viele Menschen in diesem Film. Und man kann auch auf Netflix, kann man sich 4.5 von Jackass angucken. Wurde auch schon gesehen. Ja, das ist, was die da mit Danger Arons Genitalien machen, das ist, aua. Der Mann muss echt einen hohen Shake bekommen. Meine, ich habe diverse Sachen, die ich an Jackass, was ich halt meine mit, ich sehe das differenziert. Also es sind sehr viele. Also die Geschichte von Jackass auch von einigen Tragödien begleitet. Ryan Dunn. Ich bin allen voran, aber ich finde auch die gesamte Lebensgeschichte von Ben Margera hat etwas Tragisches. Ja, die Familiengeschichte dazu auch noch. Unglaublich, auf jeden Fall. Gleichzeitig bin ich, was Jackass angeht, immer ein bisschen kritisch, wenn es um die Tiergeschichten geht, die sich halt auch nicht so angefühlt haben wie stellenweise bei Wild Boys. Ich weiß nicht, ob der Wild Boys was sagt, die Serie von Steve-O und Chris Pontius. Wo ich das Gefühl, zumindest rückblickend, ich habe das jetzt viele Jahre nicht mehr gesehen, aber ich hatte damals auf jeden Fall, wobei ich da auch nicht so sensibel für das Thema war, immer das Gefühl, dass sie recht respektvoll mit Tieren umgeht und da keine Tieren zu Schaden kommen oder sich irgendwie über Tiere lustig gemacht und gestellt wird. Bei Jackass forever hatte ich nicht immer das Gefühl. Es gibt diese Bären-Szene und so. Das ist das Traurigste, was es gibt. Da wird so ein richtig trauriger Bär einfach reingeholt und der soll Honig aus dem Schritt von, ich weiß gar nicht mehr, wem schlecken. Von dem Vater, von dem einen Neuen. Genau, genau, schlecken. Es muss nicht sein. Also ich finde, das macht den Film dann auch so ein bisschen kaputt. Das hat mich wirklich dann auch rausgezogen aus diesem Spaß, weil wenn sich diese erwachsenen Menschen da halt einfach gegenseitig foltern und quellen, dann ist das deren Sache. Die haben sich vollkommen dafür entschieden. Ja, also das ist halt dieses, das ist der einzige Grund, warum dieser Film bei mir nicht irgendwie noch weiter oben auf der Liste ist. Ich kann es sehr verstehen, aber ich hab's halt wirklich zwischen all den anspruchsvollen Sachen, die man auch so guckt, hab ich das echt gebraucht und ich hatte da echt so viel Spaß mit und meine ganze Letterboxd-Jahresrückblick ist jetzt einfach nur voll mit einem Jackass-Cast und ich habe alle Filme nachgeholt. Und der Prolog in diesem Film ist einfach ein Meisterwerk. Es ist wirklich gut. Ein Meisterwerk. Das war sehr gut. Denny, bitte nicht nachmachen. Ich werde es nicht nachmachen. Ich werde es ein bisschen vor der Kamera. Ich will das nur gerade sagen. Die haben Chris Pontius' Penis genommen, die haben den unter so eine Platte gelegt, wo so ein Penis halt durchpasst, ne? Die haben diesen Penis dann angemalt, wie Godzilla und auch so Schnürchen dran gemacht und den Penis in die Luft gezogen. Und dann haben die da so eine Miniaturstadt drumherum gebaut und dann haben die quasi Godzilla nachgefilmt mit dem Penis von Chris Pontius. Und was so albern klingt hier, auch weil ich gerade 7000 Mal das Wort Penis benutzt habe, es sieht so großartig aus. Es ist so fantastisch inszeniert, weil die dann halt auch krasseste Special Effects und Visual Effects dann noch mit eingebaut haben und das halt miteinander vermischt haben. Und es gibt halt so eine 10-minütige Sequenz, die Godzilla-Geschichte mit Chris Pontius' Penis. Das ist ein Traum. Ja. Und ich finde es witzig. Ich finde es auch witzig. Aber kommen wir wieder zu ernsteren Stoffen. Lenny, wir verabschieden uns wieder von hier. Tschüss, Lenny. Und rufen Xenia! Schön, ich mag dieses Karussell. Ich auch. Ich fände es gerne, wenn wir wirklich ein Karussell hatten und Leute so in die Kummer gedreht werden. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt hier nach, können wir nicht über ernste Themen reden. Das ist nicht ernst das Thema. Sollen wir, was hast du denn mitgebracht? Sollen wir es in der Kurzfassung machen? Ja, wir haben ja echt schon viel über diese Serie geredet. Da sieht man nicht so viele Penisse. Aber schon ein paar. Aber schon ein paar. In der Originalserie auch, ja. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt, ja. House of Dragon, Staffel 1. Ich glaube, das war für alle eine Top-Serie des Jahres. Die 3x Top 1 steht hier. Alper, Marius und Xenia. Bei Jonas, glaube ich, nur aufgrund von Better Calls Hall, nicht auf Platz 1. Ah, ja, okay. Sorry! Also ich finde, für mich war das voll mein Jahreshighlight. Also ich wusste es schon am Anfang des Jahres, dass es mein Jahreshighlight wird. Und es hat mich auch nicht enttäuscht. Ich finde das ganz in der Kurzfassung, Viserys Targaryen war einfach für mich das Goldstück der Staffel. Also Paddy Considine hat so eine krasse Performance hingelegt. Ich will das unbedingt nochmal rewatchen, die ganze Staffel, um die dann nochmal final vielleicht auch am Stück zu schauen und nicht irgendwie pro Woche eine Folge zu gucken. Ich finde, da bewertet man das nochmal anders, weil ich hatte auch zwischendurch so meine Probleme mit den Zeitsprüngen oder manchmal hat die Serie dann für mich von Folge zu Folge vielleicht so an Qualität abgenommen, aber extrem stark geschauspielert vom Writing her und das Set-Design. Also es hat mich alles wieder an so die Hochphasen von Game of Thrones erinnert. Ja. Und direkt Drachen. Direkt Drachen. Ich hatte das so, dass die Serie begann, ich glaube zwei Folgen waren dran und dann war ich einen Monat im Urlaub und dann konnte ich die Serie nicht weitergucken, aber ich finde es hochkommend, dann konnte ich direkt erstmal vier Folgen am Stück durchgucken, vier, fünf Folgen. Das war sehr gut, ja. Ja. Großartig. Ich habe Folgensprechungen gemacht. Die sind auch hier verlinkt, checkt das unbedingt aus, falls ihr das nicht gemacht habt, aber auch für mich das Comeback des Jahres, was Serien angeht, nachdem, wir haben schon oft über das Desaster von Staffel Nacht geredet, aber es war so, ja, das ganze Ding ist wieder, die Welt ist da und es hat funktioniert und ich war sehr skeptisch vorher und ich war auch wirklich wochenlang nochmal drin, also wirklich so tief in der Materie, also das hätte ich auch niemals erwartet, ja. Auf jeden Fall. Dann ein Film, den wirklich alle hier am Tisch gesehen haben, ist ein Film, der Nope heißt. Was zur Hölle ist denn Nope? John Peel, genau, hat ja genauso wie Robert Eggers einen meiner Lieblingshorrorfilme der letzten Jahre gemacht, Get Out. Und Wir nicht zu vergessen, den hat er auch gemacht. Und ja, Wir, finde ich auch großartig, aber nicht so gut wie Get Out, glaube ich. Und er fragt sich, glaube ich, immer, wovor hat der Mensch Angst und inszeniert das dann. Und innerhalb von Nope, würde ich mal sagen, geht es um so animalische Urinstinkte und was das mit dem Menschen macht und spielt alles in dem Western-Setting und Daniel Kaluuya und Kiki Porma sind mit dabei. Und ja, es geht um ein Monster. Um ein Wesen, das aus der Luft angreift. Genau. Aber mehr sollte man auch nicht verraten. Es ist so ein Film, man sieht den Trailer und hat irgendeine Erwartungshaltung und meine Erwartungshaltung wurde komplett widersprochen. Das war so, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich auch. Und habe dann auch nach dem Rausgehen aus dem Kino gedacht so, was war denn das jetzt? Das war irgendwie cool, aber irgendwie muss ich nochmal nachdenken. Da habe ich nochmal nachgedacht und dann wuchs dieser Film in meinem Kopf immer weiter. Genau, bei mir auch. Und dann so, was will der eigentlich erzählen? Was ist eigentlich die Deportationsebene dieses Films? Und das kam erst so Stückchen für Stückchen und das war super interessant. Und inszenatorisch fand ich ihn großartig. Auf jeden Fall, ja. Also die Bilder waren auch super schön, alle. Gerade so das letzte Viertel des Films fand ich wirklich wahnsinnig stark. Ja, hat auch so viele Ebenen. Ist aber gleichzeitig auch so eine Hommage an Western oder auch an alte Science-Fiction-Filme. Die Anfänge des Kinos, ja auch. Die Anfänge des Kinos, ja auch. Die Liebeserklärung an das Kino selbst, auf jeden Fall. Wer Neon Janis Evangelium gesehen hat, wird kurz sagen, hey, kommt mir bekannt vor. Okay. Ist das alles nur geklaut, oder was? Nee, nee, ist so Anlehnung auf jeden Fall dran. Oh, okay. Also sehr empfehlenswert. Ja, finde ich auch. Ja. Einer meiner Top-Filme des Jahres. Auf jeden Fall. Und einer der besten Momente ist immer, wenn sie tatsächlich Nope im Film sagen. Ja, das stimmt. Nope. Das stimmt. Das ist großartig. Und was ich auch vom Hocker gehauen hatte, war die Performance von Kiki Palmer. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie für mich nochmal Daniel Kaluuya übertrifft. Ja. Hat sie aber geschafft. Ja. Ja. Was, glaube ich, auch alle hier am Tisch total vom Hocker gehauen hatten. Was vielleicht auch viele nicht erwartet haben, weil es auch um eine Figur geht, die man sonst so bisher nicht so auf dem Zettel hatte, ist Andor. Ja, leider hat die Serie neben Delifia fast parallel zu Rings of Power und House of the Dragon. Und dadurch ist die bei uns so ein bisschen stiefmütterlich in der Zeit behandelt worden. Obwohl wir alle, glaube ich, sehr begeistert waren von Andor. Mhm. Der Disney-Plus-Serie zu Star Wars über die Figur Cassian Andor, die zwölf Folgen hat, wenn ich mich nicht irre, die auch meistens so Storylines so in drei Folgen aufgeteilt hatte, aber jetzt auch nicht zu 100 Prozent und vielleicht so ein bisschen gemächlich beginnt. Allerdings auch gleich mit einer Szene beginnt, die zeigt, wir sind anders mit dieser Serie, weil es in einem Bordell beginnt, in dem zwei Menschen getötet werden. Also sehr untypisch erwachsen und düster für eine Star-Wars-Serie. Gleichzeitig geht die Serie dann von Folge zu Folge an unterschiedlichste Schauplätze in der Star-Wars-Welt. Und es geht nicht wieder so ganz stupide um Rebellen gegen Imperium oder sowas, sondern da spielt ein Konzern eine Rolle und es geht auch um das Geheimdienst, das ISB, ISB heißt das, ne? Mhm, ISB. Das ist Imperiale Sicherheitsbüro, ne? So was. Das ist doch, ISB, ja. Darum geht's und durchleuchtet so viele Sachen aus Star Wars, die es bisher noch nicht gab. Ja, ich fand es super faszinierend. Das war auch echt so, ich dachte, Andor brauche ich vielleicht nicht und dann kam's und ich habe kein Problem mit diesem Langsamen gehabt. Also die beginnt zwar gemächlich, aber andere beginnen dämlich, andere Star Wars sind. Das stimmt. Das denke ich mir zu machen. Also Book of War Fett. Ne, ich fand Setting super erfrischend. Es war nicht wieder mal ein Wüstenplanet. Es hat so einen Cyberpunk-Einschlag gehabt. Alle Charaktere großartig besetzt. Es kamen Monologe. Die habe ich in Star Wars noch nie so gehört. Also das ist ja nichts gegen, ja, das etwas, naja, Mauere-Drehbuch-Writing von George Lucas, was da so einen Dialog rauskommt, sondern hier, wow. Und das war für mich supergeiles Star Wars. Da hat halt Rogue One nochmal eine Schippe drauf gesetzt. Und ja, ich würde mehr davon sehen. Und wie groß war die, was Stellan Skars gerade mit der? Ja, der Decimologe, der in so einem Fahrstuhl ist auch, hey, wow. Ich finde, ich hatte so bei so vielen Momenten Gänsehaut und auf sowas habe ich gewartet. Also irgendwie seit Jahren, dass ich nochmal Lust habe auf das Star Wars-Universum. Und das hat Andor bei mir auf jeden Fall geschafft. Also gerade, weil die Serie so schonungslos ist. Und ich finde, jeder Handlungsstrang hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Also ich finde, die zweite Hälfte, ein bestimmtes Setting, wo es nochmal so einen sehr krassen Kontrast gibt zu der Außenwelt. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Der hat mich so krass abgeholt. Und ich finde, das Finale war auch echt großes Kino. Was mich so komplett überrascht hat, ist, was ich niemals gedacht hätte, ist, dass die selbst so eine blasse Figur wie Mon Mothma plötzlich zu der, ich hatte diese gesamte Storyline komplett umgehauen. Und ich konnte es einfach nicht fassen, dass in der Serie, die Andor heißt, mich die Storyline von Mon Mothma mehr interessiert hat und mich so komplett abgeholt hat. Großartig gespielt und ja, Coruscant sieht einfach geil aus. Und ich finde allgemein, dass die Coruscant noch interessanter gemacht haben mit dieser Serie. Und vor allem, dass die da verschiedene Star-Wars-Kulturen genommen haben und denen wirklich auch den Raum gegeben haben, dass man ein bisschen was versteht. Leben eingehaucht haben. Ja, genau. Und es war nicht so platt. Ja, das ist das Volk und die Art, das ist die Handelsgilde und so. Es ist ja irre, ne? Du hast dieses Jahr, du hast eine Serie über Boba Fett, legendäre Figur. Du hast eine Serie über Obi-Wan Kenobi, legendäre Figur. Und du hast eine Serie über Cassian Andor. Und Andor ist um Längen besser als die anderen beiden Serien. Also das war nicht zu erwarten. Vielleicht, weil er so ein unbeschriebenes Blatt ist. Ja, aber ich glaube auch, die Serie ist so detailverliebt. Also ich habe jetzt leider irgendwie Obi-Wan Kenobi nicht gesehen, die Serie. Deswegen, ich habe nur gehört, dass sie relativ mäßig ist von der Qualität. Lass es, dann ist das Star-Wars-Fair gut. Sie hat ihre Momente, sagen wir mal. Ich habe die erste Staffel, genau, hier Mandalorian gesehen und war auch echt begeistert irgendwie von dieser Stagecraft und so weiter. Und hat mich dann abgeholt. Und dann die zweite Staffel hat mich schon ein bisschen verloren. Und deswegen war ich auch so, okay, Andor, I give it a try. Und ich bereue es auf keinen Fall. Und ich habe jetzt mir auch vorgenommen, über Weihnachten nochmal alle Star Wars-Sachen nochmal zu gucken, weil ich jetzt wieder so drin bin irgendwie. Ach, schön. Ja, also nochmal von vorne. Also Clone Wars und Rebels gucken. Ja, wieso nicht? Also ich bin schon so ein bisschen, ich bin sehr im Hype jetzt. Auch Resistance? Resistance habe ich noch nicht geguckt. Ja, aber Lenny macht im Hintergrund, äh, ja, magst du es nicht, oder? Resistance ist, äh, wow, ist ein Fass. Ich habe Resistance beide Staffeln komplett gesehen und ich weiß bis heute nicht, wie ich das psychisch geschafft habe. Also, man muss dazu sagen, im Gegensatz zu Serien wie Clone Wars und Rebels, finde ich, Resistance ist wirklich für kleine Kinder. Okay. Also, ich glaube, als kleines Kind hätte ich das hart abgefeiert. Findest du Resistance wirklich unterhalts? Das sieht halt hässlich aus. Ja, es ist wahnsinnig hässlich. Aber ich finde für Star Wars-Fans dann wahrscheinlich, also, ich gucke es mir immer an. Also, ich betrachte mich schon als Star Wars-Fan und, äh, mich hat es nicht. Aber kannst du dir dann nicht ein bisschen was abgewinnen von der, von den Figuren vielleicht oder so? Resistance, nee. Okay. Ich liebe Rebels, ich finde auch Clone Wars großartig, aber, äh, mit Resistance kann ich gar nichts anfangen. Und ich habe alles gesehen. Ich glaube, ich fange erst mal mit den Filmen nochmal an. Vielleicht gucke ich tatsächlich nochmal die Original-Trilogie dieses Jahr. Ja. Ich habe die letzte, klar, ich habe die vor zwei Jahren zuletzt gesehen. Das Krasse ist, dass mein Freund noch nie Star Wars geguckt hat. Und deswegen, äh, haben wir uns das vorgenommen, dass ich da mal sage, okay, wir gucken jetzt alle von Anfang an. Also, in der richtigen, äh, Reihenfolge natürlich alles. Meinst du von Episode 1 bis Episode 9? Oder erst die Original-Trilogie, dann die Prequels? Nee, nee, schon die, wie die rausgekommen sind. Genau. Original-Trilogie, dann die Prequels und dann die neue Trilogie. Und dann kann er sagen, wie schlecht die neue Trilogie ist. Oh. Und dann werden wir uns scheinbar die Serien. Ja, ihr könntet ja auch die, die Dings-Reihenfolge machen, die, äh, die immer wieder empfohlen wird. Wie war das? 4, 5, 2, 3, 6. Ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, okay, ja, ich, ich fuchse mich mal rein. Auch ne Idee. Also, ich hab bei meiner Freundin gesagt, wir gucken Original-Trilogie und Rogue One. Und das ist dein Star Wars-Universum. Das ist eine schöne, heile Welt, tatsächlich, einfach. Cool. Das ist überhaupt unfassbar, wie so. Ich meine Episode 3 nicht so. Ich mag auch echt Episode 3. Ja, aber da müsst ihr mal jetzt durch 1 und 2 durch. Ja, das stimmt. Und Daja Binks, die, der kriegt mich auch jedes Mal raus. Oh Gott. Ich will dich nicht sehen. Ähm, ja, mal gucken, ne? Aber wird ein gutes Weihnachten. Ja, ja. Lass uns lieber ein bisschen, äh, weniger, äh, provokant und geisterschaftlich. Entscheidend, äh, Chip und Chap, was zur Hölle ist das? Die sind zurückgekehrt. Es gab ja früher, äh, die Ritter des Rechts, Chip und Chap. Ja. Und die sind jetzt zurück in einem, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Film wird. Es ist so ein bisschen, ähm, Roger Rabbit mäßig. Mhm. Also, Chip und Chap sind quasi echt und haben diese Serie Ritter des Rechts gedreht. Nein, sie sind, sie existieren in unserer Welt quasi. Ja, genau. Und haben die Serie Ritter des Rechts gedreht. Also, als Schauspieler. Also, als Schauspieler. Ah, okay. Die sind Schauspieler. Und jetzt sind sie wieder da und sollen ja auch so ein Campag machen und hiermit ist verschwunden. Das Lustige ist, dass einer von den beiden, und ich glaube, es ist Chap, ich verwechsel die beiden immer. Chap lässt sich unter das Messer legen. Ja, also, Chip ist noch die Zeichentrickfigur von damals. Ah, okay. Chap aber hat sich unter das Messer legen lassen und hat quasi eine Verjüngungskur machen lassen und sieht jetzt halt 3D animiert aus. Ah, das ist ja 3D. Und deswegen sehen die beiden schon unterschiedlich aus. Ja, ich glaube, Zeit muss weggemacht. Ja, und Chap, oder so, ne, der das gemacht hat, sagt jetzt seinem Freund, lass uns doch mal ein Comeback feiern. Und der ist halt aber, da treffen halt diese zwei Welten aufeinander. Der eine, der sagt, wir müssen mit der Zeit gehen und uns irgendwie weiterentwickeln und neu sein und frisch sein. Der andere sagt, nee, ich mochte das, was wir gemacht haben. Früher war alles besser. Früher war alles besser. Und die beiden müssen dann aber tatsächlich auch, es ist eine irre Geschichte. Sie lösen einen Pfeil innerhalb dieser wilden Welt, in der halt Zeichentrickfiguren real, reale Schauspieler und Schauspielerinnen sind. Und komplett das Business, das Business wird so durch den Kakao gezogen, halt wie mit diesen Operationen auch. Das klingt schon ganz geil. Ja, ist auch geil. Nicht spoilern, aber der Antagonist, Crazy Pete heißt der. Crazy Pete und was das und wer es ist, das ist so geil. Das ist super witzig. Ultra geil, ich hab so gelacht. Und es kommen, also wenn man, hast du Ritters rechts gesehen? Äh, nee, leider nicht. Schade, schade. Ich glaube, das ist so vor mir gewesen noch. Also es war ja früher die Zeichentrick-Serie, da bin ich leider nicht mit aufgewachsen. Sorry, es ist Sweet Pete. Sweet Pete, Sweet Pete, ja. So im gleichen Anzug wie Darkwing Duck, Captain Baloo, Gummibärenbande. Gummibärenbande habe ich gesehen. Das sind alles so in einem quasi. Gummibären. Ja. Ja, Chip und Chap. Also Andy Samberg hat ja auch mit dran gearbeitet und spricht ja auch. Immer ein gutes Zeichen. Immer ein gutes Zeichen. Und es ist wirklich, Chip und Chap ist, ich hatte das auch nicht so auf dem, also ich hatte das schon auf dem Zettel, aber ich habe das nicht erwartet, dass es so witzig werden würde. Das ist so kreativ und so. Ja, also so gut, wenn wir da einfach. Vor allem auf Disney plus so eine Satire auf die, auf dieses ganze. Auf das Animation oder beziehungsweise, ja, auf die Serie an sich. Genau, das ist so ein maximaler Meter. Ja, genau. Ich mag sowas total gerne, wenn das sich selber zitiert, ja, die Mutti-Frau. Ich meine, ich halte, ob man es cool findet, wenn man halt Chip und Chap nicht gesehen hat. Weil man die ganze Insider nicht checkt bleibt. Ich bin gar nicht so, ich bin gar nicht so ein riesen Fan davon, auch als Kind nicht gewesen. Von Alka-Zone? Äh, nee, auch nicht. Einer von den Gegnern ist eine Katze und ist die Alka-Zone. Ah, so nach dem Mafia-Bus. Ja, genau. Also wirklich so auch ein kleiner Geheimtipp, Chip und Chap, wirklich wahnsinnig empfehlenswert. Das Uncanny Valley ist unglaublich lustig. Ja, scheiße, Jo. Da gibt es so viele gelungene, gute, clevere Gags drin. Und unter anderem treffen die auf einer Convention die erste Version von Sonic. Ja. Oh, ah, das stimmt, das hast du schon mal erzählt. Ja, okay, das ist natürlich popkulturell 1A. Ich glaube, das ist auch nicht so lang. Also sowieso kann man mal so echt so am Freitag so ... Ja, dann gleich in der Mittagspause sehen wir mich. Ja, gönn dir, gönn dir. Okay, wir führen einen Wechsel durch. 97 Minuten. Ach, wir holen Jonas zurück. Ach so, ja, stimmt. Jonas hat auch ein 3D-Remake hinter sich. Hallo, guten Tag. Ah, Jonas, du bist ja ganz anders animiert. Ja, ey, ist ganz schwierig, da drüben zu sitzen und einfach nicht mitrehen zu können. Ja, mal wir reingucken, ne? Wir sind, wir freuen noch direkt weiter mit einer ganz geilen Serie, die auch alle gesehen haben. Und zwar Stranger Things Staffel 4. Witzigerweise war die bei uns bei den Top-Listen bei uns dreien auf Platz 4. Krass, krass. Das ist ja lustig, haben ja alle denselben Geschmack. Ich werde Stranger Things, glaube ich, auch immer mit CSB verbinden, weil das mein erster Podcast war, wo ich hier eingeladen war. Da haben wir über Stranger Things geredet. So, ich war gerade voll fort, ich habe gedacht, das ist der erste Podcast, den du je gehört hast. Nein, nein. Staffel 4. Für mich, ich glaube, ich habe es schon oft gesagt, Überraschung, weil ich Staffel 3 nicht so prickelnd fand tatsächlich. Und dann kam Staffel 4, hat es für mich richtig rausgerissen. Ich habe richtig Bock auf Staffel 5. Eddie ist cool, Musik war cool, das World-Building, Charakter-Building war alles cool. Ich fand es cool. Ja, das und das Beste war, on top da drauf, nicht nur, dass alles cool war, sondern dass jede Folge mindestens eine Stunde lang war. Und die letzte Folge einfach über zwei Stunden lang. Und es hat sich nicht gezogen. Es war perfekt und ich hätte gern noch mehr gesehen. Ja, tatsächlich. Das ist schon beachtlich, dass es so viele Folgen gibt, die so lange sind und dass man trotzdem nicht abschalten will und noch mehr sehen will. Und die Serie hat bei mir das Einzigartige geschafft dieses Jahr, dass ich wirklich auch mich auf jede Folge gefreut habe. Also ähnlich wie bei House of Dragon, aber dann nochmal so diesen Binge-Faktor hatte, weil ich hatte dann eine Weile gewartet, bis alles draußen war und dann ist nochmal an einem Rutsch geguckt. Und also das war wirklich, die Serie hat mir voll viel Spaß gemacht. Boah, als diese Pause war, ich so, nein, nein, keine Pause machen, keine Pause. Das große Finale. Viel mehr, ja. Ach, großartig, ja. Das war auch so ein richtig schöner Abschluss für mich im Sommer, weil ich habe die letzte Folge geschaut, bevor ich Urlaub hatte. Und dann hatte ich vier Wochen Urlaub und das war ganz schön. Du musst das verarbeiten. Ja, weil auch teilweise parallel, glaube ich, bei der ersten Hälfte lief ich auf Obi-Wan Kenobi und war so mega enttäuscht. Das sind so kurze Folgen, so wenig und bei Stranger Things kriegst du einfach so das Mehrfache, was so viel besser ist. Das war bei mir auch halt das Kontrastproblem, so Obi-Wan Kenobi, ich habe gedacht, boah, das muss geil werden. Und Stranger Things, ja, mal gucken. Und es war halt komplett umgedreht. Ja, so viel mehr Horror-Elemente, so blutiger war jetzt auch die Staffel. Ja, ich glaube, blutiger war es nie. Was denn? Stranger Things. Stranger Things, genau, war noch nie vorher blutig. Ja, war nie so grausam, also so dunkel, ich glaube, die düsteste Staffel mit, ja. Total. Und ein bisschen Kate Bush gehört dann noch. Boah, ich muss natürlich ein bisschen sagen, dass Kate Bush dann zu exzessiv auf Social Media genutzt worden ist. Also wirklich jedes Kurzvideo wurde mit Ranked That Hill unterlegt. Ja, das war ein bisschen overused. Das war eigentlich dann everywhere und everything und all at once war es auch overused. Das Internet, ne? Ja, Multiversen wurden dieses Jahr auch ein bisschen overused, tatsächlich. Aber eins ist das beste. Quatsch, ganz viele. Hä, drei? Aber einmal gut und einmal schlecht, ne? Ach, stimmt. Spider-Man. Ja. Das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr schon. Oh mein Gott, das ist ja schon. Okay, dann zwei. Sonst wäre er doch auf unserer Top-Liste. In einem anderen Universum ist der dieses Jahr gestartet. Genau. Everything, everywhere, all at once ist ein Film von den Daniels, von Daniel Kwan und Daniel Schreinert. Also, die sind keine Brüder, aber die haben den gleichen Vornamen. Und die haben zum Beispiel auch Swiss Army Man gemacht, welchen ich auch sehr liebe. Und genau, in dem Film geht es um eine chinesischstämmige Familie, die Probleme mit der amerikanischen Steuerbehörde bekommt. Und dann denkt man sich so erst, boah, das klingt mega langweilig. Aber sie haben daraus einen Multiversumsfilm gemacht. Und da ist es so abgefahren und abgefuckt und cool und crazy und kreativ und bunt und wild und schnell. Man kann ihn kaum beschreiben. Ja, aber man kann Highlights droppen, ohne dass es Spoiler ist, weil keiner weiß, worum es geht. Und ich sage nur Steine. Ja. Steine, ja. Einfach auch so diese unterschiedlichen Szenen von der Art und Weise. Also, da ist Animation mit drin. Da sind unterschiedliche Filmgenres, die zitiert werden. Also, es ist wirklich ein Meisterwerk, finde ich. Also, visuell, vom Setdesign, das Schauspiel. Also, ich bin ehrlich, also, Michelle Yeoh hat mich so abgeholt. Und ich kenne dieses Interview von ihr, wie sie so sagt, als die Personen auf sie zugetreten sind mit der Idee des Films, hat sie sich total gefreut, weil sie endlich mal zeigen kann, was sie alles auf dem Kasten hat. Und ich finde, das ist so krass, weil sie diese unterschiedlichen Emotionen, die ihre Figur Evelyn durchmacht, authentisch und einfach mitnehmend porträtiert. Also, ich finde, ja, ich fand, das ist echt der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich meine, das ist ja auch bezeichnend dafür, dass der jetzt immer noch im Kino, oder auf Monate nach dem Kino start, kann man sich den immer noch anschauen. Und ich freue mich schon so, wenn der auf Blu rauskommt. Vielleicht gucke ich mir nochmal im Kino an. Ich habe auch nochmal Bock, weil der ist so kreativ. Der war definitiv ein Kinofilm, finde ich. Also, der wirkt auf der Große einfach nochmal cooler. Insgesamt, die ganzen Action-Szenen auch, die da drin sind. Ganz witzig, ich habe den mit meiner Freundin geschaut. Haben wir nicht alle drin? Ja, und wir waren irgendwie zu fünft oder sowas drin. Und dann habe ich sie danach gefragt, wie fandst du den? Und dann habe ich gesagt, boah, der war ja wild. Ich weiß das jetzt noch nicht. Und er ist ja eine Woche später auf mich zugekommen. Und er ist so, ich glaube, ich fand den Film richtig gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist auch richtig geil, wa? The Boys Staffel 3. The Boys Staffel 3, ja. Ähnlich kreativ, auf jeden Fall. Ach, ich muss aber sagen, genau, The Boys ist ja so eine Serie, die spielt in so einem Universum, in dem es Superhelden gibt. Aber diese Superhelden sind meistens Arschlöcher. Ja. Und das passiert alles auf einem Comic von, oder einer Comicreihe von Garth Ennis unter anderem, der auch Preacher geschrieben hat. Mein Lieblingscomic. Und ja, genau, die dritte Staffel zeigt einfach weiter, wie es da abgeht mit dem Homelander und ganz viel. Das Spannende bei der Serie ist auch, dass ganz viele von diesen Superhelden und Superheldinnen ja so echte Superhelden und Superheldinnen persiflieren. Homelander ist dann Superman, aber halt als riesiges Arschloch. Und ein Narzisst. Genau. Und ja. Mit Mommy-Issues. Oh Gott. Ich finde es auch gut, dass es halt funktioniert. Es gab ja schon mal hier den einen oder anderen Versuch, halt Superhelden halt in diesem, oh, was ist, wenn sie böse sind, ne? Oder wenn sie halt nicht so einen guten Charakter haben. Hancock zum Beispiel. Vergleichten Autor übrigens wie Breaking Bad. Und bei der Konzert. Fand ich so, boah, der Film hat so gar nicht für mich funktioniert. Und deswegen war ich bei The Boys am Anfang sehr kritisch. Oh, ja, ist wirklich ein bisschen. Schon wieder Superhelden. Ja, schon wieder Superhelden. Ja, okay, sind böse. Und dann passieren so die ersten Sachen in der ersten Staffel. Und so, oh, okay, das ist krass. Und Staffel 3. Ich habe mich einfach super drauf gefreut, auch wenn es sich jetzt so ein bisschen anfühlt wie so eine Setting-Staffel. Also wir setzen jetzt alles für Staffel 4. Also fanden die auch, dass die ein bisschen Durchhänge hat im Vergleich zu den ersten zwei Staffeln? Ja, ja, ja. Also es gab so wieder diese sehr, sehr lustigen Momente. Und es ist auch immer noch auf der Qualität, finde ich, von Staffel 1 und 2. Aber es gab so ein paar Handlungsstränge, die für mich so an Qualität verloren haben. Besonders rund um eine Figur. Aber das wäre jetzt zu spoilerhaft, um das zu erwähnen. Aber ich fand, das Highlight der Staffel war für mich auch eine Figur, die dann auch inkorporiert wurde. Und zwar die Jensen Ackles spielt, kann man das sagen. Ja, Supernatural-Star hat so ein bisschen so ein Comeback. Ja. Bist du so Supernatural-Superfan? Ja, ich habe sogar so einen Pulli, wo so draufsteht irgendwie so, ne, das Supernatural-Brothers. Hat die Community auch sich selbst so einen Namen gegeben, so wie Potterhead oder sowas? Oh Gott, das weiß ich nicht, weil ich war, glaube ich, als ich so 14 war oder so, habe ich dann ganz, ganz viele Staffeln durchgewünscht. Weil es gibt ja zwölf Staffeln und dass man da das überhaupt noch durchgeschafft hat, ja, gebe ich mir auch mal einen Schulterklopfer. Aber ich finde es cool, weil da werden ja auch total viele mythologische Sachen, so gerade in den ersten Staffeln, so episodenhaft. Dann kämpfen die mal mit einer Banshee oder mal mit Bloody Mary und so, das ist ganz cool. Wie heißt der Charakter, den da spielt? Oh Gott, Jensen Ackles spielt. Heißt der Dean? Der heißt Dean, ja. Jetzt pass auf, jetzt kommt, der andere Typ von Supernatural spielt in Gilmore Girls, jemanden, der Dean heißt und es gibt eine Supernatural-Folge, da machen die so eine Hollywood-Tour und fahren so, ah ja, hier fahren wir gerade durch die Stadt von Gilmore Girls und blau und der Typ, der in Gilmore Girls steht, ähm, ähm, ja, steigen wir lieber mal außen und gehen weg. Super witzig. Ja, ich finde Supernatural hat in den späteren Staffeln auch so wieder diese Meta-Ebene, wo wir eben auch schon drüber gerät haben bei Chip und Shep und The Boys ja auch. Also die haben ja so viel Gesellschaftskritik mit in dieser Serie drin, also so die referieren da auf dieses Pepsi-Commercial von Kendall Jenner zum Beispiel. Ja, hier mit dem ganz politischen Bewegung, wie sich Leute so instrumentalisieren, es gibt ja diesen, jetzt nicht so viel Spoiler, es gibt so einen Moment, wo ein Charakter denkt, boah, okay, alle hassen mich jetzt und auf einmal für was Schlimmes und, oh, was, gar nicht. Und ist auch ein bisschen Meme geworden tatsächlich, es ist so, was für ein Moment in der Serie, also diese, diese, diese Serie, diese Staffel 3 hatte schon echt krasse Höhepunkte. Und ganz ehrlich, nur, ich sag nur Octopus und The Deep. Oh, boah, das ist so dramatisiert. Ja, ich fand es, ich fand es aber auch richtig, also ich fand es, ich fand es auch nicht mit ihm gefühlt, aber auch. Ja, das stimmt, das stimmt. Das Ding ist auch, ich hätte niemals gedacht, dass sowas gezeigt werden kann. Und dass in Serien, die so viel Geld eigentlich kostet, sowas gezeigt werden kann und sowas überhaupt irgendwo gesendet wird. Und dann auch bei Amazon. Aber finde ich cool. Ich liebe die Serie dafür. Ach, und guck mal, allein der Anfang, wenn der Klicke sich klein macht, wo er ist, also es ist so, oh, wow. Ja, und noch eine Sache zu den Comics, die sind ja auch, die erzählen auch eine komplett andere Geschichte, haben wir den gleichen Figuren. Und oft ist es ja so, dass die Ursprungswerke einfach besser sind, als dann, was halt irgendwie als Film oder Serie rauskommt. Aber ich muss sagen, ich persönlich finde, dass sowohl Comic als auch Serie beide großartig sind und dass das sich auch nicht, also das scheitert. Die haben jeweils ihre Stärken, aber sind beide gleich gut, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Was dieses Jahr auch gut ist, was jetzt auch so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, gibt's auf Disney Plus The Bear. Da hab ich mir die erste Staffel reingeguckt und da geht's um den erfolgreichen Koch Carmi, der von Jeremy Allen White gespielt wird. Den kennt man ja auch, Shameless zum Beispiel. Shameless hab ich leider nicht gesehen. Ach so, okay, ich bin ein großer Fan der Serie. Also für mich war der ein neues Gesicht. Okay, alles klar. Und der übernimmt, also dieser Koch, der übernimmt einen Sandwichladen seiner Familie und will den auf Vordermann bringen. Und das Ding ist halt, er hat halt schon bei so Sterneköchen und sowas gearbeitet, eigentlich so High-End-Kitchen und sowas. Und jetzt übernimmt er halt den Sandwichladen. Und leider hat er aber viele Geldprobleme. Er hat Probleme mit der Gesundheitsbehörde. Und er hat ein sehr eigensinniges Team, das auch nicht so arbeiten will, wie er halt professionell arbeiten will. Und außerdem ist er halt an den Laden nur gekommen, weil sich sein Bruder Michael ein paar Monate vor der Handlung erschossen hat. Und genau, es ist einfach mega spannend, so ihm zu folgen, wie er versucht, diese Probleme zu überwinden. Und er wird halt immer weiter mit Problemen beworfen und beworfen und löst dann das eine. Aber dann kommen halt schon wieder zwei neue Probleme. Und das macht halt mega Spaß, dazu zu schauen, weil er halt auch eine sehr interessante Figur ist. Und dieses Team von dem ist halt auch so alles komplett abgefahrene, eigenständige Figuren, die sich halt auch wirklich wie so Personen anfühlen. Und genau, es ist halt auch einfach cool, dass er so was Simples wie Sandwiches perfektionieren will. So ein simples Essen. Wie lang ist so eine Folge? Das schwankt, manche sind eine halbe Stunde lang, manche nur 20 Minuten. Und es sind insgesamt nur sechs Folgen, glaube ich. So snackable wie ein Sandwich. Ja, und hat mich auch komplett überrascht. Kann man echt in einem Rutsch durchschauen. Das ist vielleicht so eine Serie, wo man extrem viel Hunger kriegt. Ja, wollte ich sagen, kriegt man Hunger auf Sandwiches? Ja, doch schon. Also ich kriege da immer sofort, wenn ich irgendwas essen sehe, dann sage ich, das würde ich jetzt auch haben. Weil wenn das so audiovisuell, weißt du, mit so diesen Geräuschen von so gegrilltem Käse oder so. Das sieht halt auch geil aus, wenn man das kocht. Dann gibt es auch manchmal so Montagen, genau, wo er dann hier das alles zubereitet. Okay. Ja, das macht schon Spaß, dazu zu schauen. Ja, kann ich jedem ans Herz legen. Der Schauspieler ist auch sehr hot, kann ich nur sagen. Jeremy Allen White, ja. Genau. Ja, aus Shameless, habe ich jetzt gelernt. Ja, genau. Und damit verabschiede ich mich eigentlich auch schon wieder. Holen wir Lenny rein und fragen den nach seinem Lieblings-Sandwich. Und ob er Jeremy Allen White auch hot findet. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen mit der Rotation so durcheinander, aber ich glaube, ist egal. Achso, wir können auch. Ja, wir können auch sitzen. Wir bleiben auch sitzen. Wir bleiben auch sitzen. Na gut. Das Karussell ist im Chaos. Es gibt nichts Neues. Oder? Oh, vor allem nicht im Westen. Mensch. Du hast dir das Remake eines Buchklassikers, beziehungsweise es auch schon verfilmt worden ist, zweimal angeguckt. Richtig. Und ich glaube, jeder Gigi LK hat diesen Film auch gesehen. Und Deutsch LK auch. Deutsch auch schon. Ich habe ja auch eine Kritik dazu gemacht und ich habe, glaube ich, auch schon alles gesagt, was ich darüber sagen möchte. Deswegen, du hattest den Film ja auch gesehen. Ich habe den auch gesehen und ich mochte den sehr gerne. Der hat sich sogar in meine Top-Liste gemogelt. Oui. Ich habe das Buch leider nicht gelesen. Da habe ich es gibt im Gigi LK. Ich empfehlen. Ja, ich habe mir das auch zu Weihnachten gewünscht. Ich dachte, da nehme ich mir mal einen Tag für, weil ich habe gehört, dass man da sich eher für wirklich Zeit nehmen muss, um das Buch irgendwie am Stück durchzulesen, weil es ein sehr belastendes Thema ist. Schon, ja. Aber es hatte den gleichen Effekt wie vorhin bei dem Sandwich-Sachen. Da wird immer schon was zu essen. Ich brauche auf Krieg. Nein, nein, nein. Aber die essen immer irgendwie, was war das, so Bohnen und Reis und sowas. Da habe ich mir so weiße Bohnen mit Reis gemacht und dabei gegessen, als ich das gelesen habe. Wow. Ich finde, animiertes Essen hat bei mir immer diesen Effekt. Also wenn ich zum Beispiel so Heidi, diese Kika-Serie von früher und die haben immer so ein Stück Käse und ein Stück Brot. Das Brot war der Hammer. Genau. Ich habe meine Mutter wirklich so mit zehn gesagt, kann ich ein Stück Käse haben? Ja, das war sehr wild. Naja, aber zurück zum Westen, nichts Neues. Ich fand, der Film hat mich sehr so an Filme wie 1917 erinnert. Das hast du ja auch in deiner Kritik erwähnt, damit konnte ich auf jeden Fall mitfühlen von Sam Mendes. Und ich finde, der Film ist ein Antikriegsfilm in seiner Formel. Also er verherrlicht nichts und er stellt ganz gut dar, wieso die Soldaten im Krieg auch anonym sind und eben sehr austauschbar sind und auch geleitet werden von politischen Machenschaften. Und die Personen werden auch für die Kamera gezogen, anders wie beim Film von 1930, wo diese Komponente nicht mitbeißt. Und ich fand es eigentlich eine ganz coole Ergänzung, obwohl die Figur von Daniel Brühl finde ich auch sehr, ja, vielleicht unsere Seite und Perspektive so ein bisschen verherrlicht und so sehr beschönigt, dass Deutschland da auch in so eine Rolle gedrängt wird, anstatt dass sie eher der Aggressor waren und das ist so ein bisschen nicht geschichtsrevisionistisch, das wäre zu krass, aber hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht, aber ich fand den Film extrem gut. Ich würde das auch sagen, ich habe nur das Buch für meine Kritik auch extra nochmal gelesen und dann wirklich auch an einem Stück nochmal gelesen und deswegen ist der Film für mich ein bisschen schlechter geworden. Einfach weil ich das Buch wirklich, du kannst dich darauf freuen, wenn du das liest. Also nicht, dass es Spaß macht, das zu lesen, aber es ist halt echt, es ist krass. Und ich finde, der Film lässt halt echt viel aus im Vergleich dazu und bringt halt eben diese Komponente ein mit Daniel Brühl's Figur, was ich halt irgendwie schon verstehe, um halt zu zeigen, jo, Krieg wird halt von Leuten geführt, die keine Ahnung davon haben, die halt selbst nicht auf dem Schlachtfeld sind und das fand ich eigentlich ganz gut, hat aber für mich ein paar Längen in den Film mit reingebracht und mein größter Kritikpunkt eigentlich Edin Hasanovic, also sorry, ich finde der passt null. Das konnte ich auch nachvollziehen, ja, der war auch, seine Figur war zu nah dann doch an so einem komödiantischen Element, was dann aber aus dem Film rausfiel, also... Ach, das ist Comic Relief? Ja, ne, ich finde... Also ich finde eher in dieser Gruppe dann, also... Richtig, als wenn ihr dann, wenn ihr dann kein... Also wenn Daniel nicht gerade auf dem Schlachtfeld seid. Ja, genau, so ungefähr. Ja, kommt im Original ja aber auch ein bisschen vor. Ja, das stimmt, aber ich finde... Aber nicht so krass. Richtig, und ich finde auch irgendwie, also vor allem von seinem Sprachstil her wirkt er halt echt einfach so, als ob der, als ob da wirklich Edin Hasanovic sitzt und nicht seine Figur... Ja, als wäre das so ein SNL-Sketch, so ganz, ganz kurz, aber nur... Genau, und es ist vielleicht auch schlecht, wenn man den aus den ganzen Joke und Klaas-Formaten kennt und so nicht lachen und sowas. Aber ich glaube schon, dass das auch Schauspieler schaffen können, dass das dann so abzulegen für dann andere Filme, der hat es nicht so gut geschafft. Ja, ansonsten ist der auch super, aber hier nur leider, naja... Der ist ja der Schlimmste im Cast. Er ist der Schlimmste. Er ist bestimmt nicht der Schlimmste Mensch der Welt. Nein, er ist nicht, aber der Schlimmste Mensch der Welt ist in meinen Augen wirklich... Ja, da bitte halt... Das ist deine Top 1. Das ist meine Top 1 in diesem Jahr. Wieso? Erzähl mal, was ist das? Also, das ist ein Film von Joachim Trier, ein norwegischer Film, also, und es geht um Juli und der Film begleitet sie durch verschiedene Phasen in ihrem Leben und der Film ist auch in Kapiteln erzählt und der fängt wirklich damit an, wie sie halt ihr Studium beginnt und dann halt immer weiter ihren Lebensweg halt eingeht und dieser Film zeigt verschiedene Lebens- und Liebessituationen von ihr und ich finde es toll, wirklich, wie oft man sich in diesem Film wiederfindet. Auch eben, wie er halt eben zeigt, dass man als Mensch sich über die Zeit halt einfach wandelt, dass man nicht der gleiche Mensch ist, wie wenn man sein Studium beginnt und wenn man zehn Jahre später noch, ob man dann die gleiche Person ist, wahrscheinlich nicht und dieser Film zeigt halt eben, dass man unter verschiedenen Lebensumständen einfach eine andere Person ist oder auch gewisse Fehler macht und dass das alles eben ein bisschen menschlich ist und dass wir eigentlich alle der schlimmste Mensch der Welt sind. Das ist voll schön zusammengefasst. Der Film hat mich extrem berührt. Ich finde, der ist eine Darstellung auch unserer Generation ein bisschen, die natürlich auch in einem sehr privilegierten Sinne sehr, sehr viele Angebote haben und manchmal überfordert sind. Also egal, ob du jetzt Netflix öffnest und ganz, ganz viele Angebote hast zum Schauen oder was du mal werden willst oder so. Und ich glaube, der Film verkörpert das ganz gut und auch wie der Film dramaturgisch aufgebaut ist, finde ich, fühlt er sich an wie so ein Leben, weil es wird mal schneller, mal langsamer erzählt, es kommen Personen, es gehen Personen, andere kommen auch wieder und bleiben. Also deswegen, der Film ist, das ist einer so dieser Filme, wo man danach eine Lebenskrise hat, so ein bisschen und ja, also der war auch einer meiner Top-Momente des Jahres. Eine Frage an dich dann aber, weil es ist nun mal eine Protagonistin, eine Frau und der Film ist auch von einem Mann geschrieben und ich habe mich, also von Joachim Trier und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ich kann nur erahnen, ob das jetzt irgendwie echt, ob das Ähnlichkeiten hat, ob das wirklich realitätsgetreu ist. Fandest du das irgendwie? Also ich fand das ganz gut dargestellt, vor allem diese heterosexuellen Beziehungen, die sie in ihrem Leben erlebt hat, kann ich natürlich jetzt auch nur für mich sprechen, fand ich ganz authentisch dargestellt, auch so eine subtile Art und Weise, genau wie Renate Reins spielt ja, die Protagonistin, auch großartig. Ja, ich war wirklich überrascht, wie sehr mich ihr Performance auch abgeholt hat. Ich glaube, ohne sie wäre der Film auch nicht so gut. Nee, die ist wirklich auch. Ja, und nee, also ich finde, auf so eine sehr ambivalente Art und Weise auch sowas darzustellen, ist nicht ohne. Okay, das freut mich aber, dass der Film dann da auch in der Hinsicht dann geglückt ist. Und ich muss einmal noch wirklich sagen, ich finde auch, der ist visuell wirklich super und auch, es gibt ein paar echt coole Szenen zum Beispiel, einmal läuft sie durch Oslo und alles steht still, halt wirklich, also keine Autos bewegen sich und das ist halt wirklich so gewesen, die haben wirklich, sind wirklich alle still, standen wirklich alle still, also die haben nicht irgendwie mit Special Effects gearbeitet, sondern die standen. Das war doch mal so ein Social-Media-Trend vor ein paar Jahren. Ja, das haben die nur danach gemacht. Oder es gibt auch eine wilde Trip-Szene, also ich finde den Film, der ist wirklich. Ich glaube, mit Drogentrips kriegt man den, oder? Ich habe auch keine Weile gesagt, das ist ein kleines Element, also... Aber apropos wiederkehrend, eine Serie, die schon 33 Mal wiedergekommen ist, sind die Simpsons und ich bin sehr erstaunt, das einmal hier bei CSB in einer Top-Liste zu sehen. Die Simpsons, Staffel 33. Ja. 32. Ich bin da irgendwie vor 13 Staffeln 14, 15 ausgestiegen. Hängt schon zählen, ist schwer. Ja, die Simpsons, also ich kann rein theoretisch, hätte ich diese Staffel auch mit auf die Flop-Liste packen können, denn es ist wie immer so bei neuen Simpsons-Staffeln, die sind gut und schlecht, also ich weiß es nicht, aber trotzdem hat mich jetzt diese Staffel 33 wieder total abgeholt bei vielen Folgen, einfach weil ich merke, aktuell haben die ein Writers-Team, das irgendwo funktioniert, in vielerlei Hinsicht auch irgendwie nicht, aber es gibt halt hier ein paar Folgen, die ich wirklich nochmal nennen möchte, damit du dir die aufschreiben kannst. Genau, ich wollte eine Liste haben. Ich wollte eine Liste und deswegen habe ich mal drei Folgen rausgepackt, die wirklich, finde ich, gut sind. Ich schreibe mir die auch auf, obwohl ich irgendwie seit ProSieben so ein paar Sachen ausgestrahlt habe, das noch gesehen habe, aber alles neue glaube ich nicht mehr, deswegen. Ja, das ist auch wirklich, ich glaube, das ist auch wirklich nur noch für Leute, die das... Für so die Fans. Ja, okay. Und ich glaube, ansonsten ist da echt nicht mehr so viel übrig. Egal, ich zücke den Stift. Okay, sehr gut. Also es gibt Nebenfolgen, in denen Bart einfach mit einem Influencer... Wer ist Bart? Nein, Spaß. Spaß. Sorry. Aber es gibt so eine Folge einfach, um einmal zu zeigen, wie dumm auch diese Staffel irgendwie wieder ist. Es gibt eine Folge, in denen Bart sich mit einem Influencer befreundet und die bringen beide einen Schuh zusammen heraus. So, das ist halt... Die versuchen immer am Zahn der Zeit zu sein, aber es ist halt auch... Erflaume. Früher waren sie da Zahnzeit, jetzt versuchen sie es einfach nur dran zu hängen. Ja, und jetzt ist es halt echt doof. Das gab es doch auch schon mal. Ja, dass das Badenschuh rausgebracht hat. Nee, aber dieses Influencer-Ding. Naja, gut. Ja, dieses Influencer-Ding wurde öfter mal aufgerufen. Aber ja, es gibt eine groß, wirklich großartige Doppelfolge. Serious Flanders. Und die ist so ein bisschen im Kohn-Brüderartigen Stil gehalten. Die ist auch nicht kanonisch, muss ich ja einmal sagen, weil in der Folge sterben eigentlich alle. Und es geht halt darum, dass Flanders eine Tasche voller Geld findet und die möchte Ned natürlich spenden, weil Ned hat so ein großes christliches Herz. Aber diese Tasche Geld gehört einem Gangster, der dann in... Ted Tony? Nee, nein, eine neue Figur, die nach Springfield kommt und dann jeden tötet, bis er dann diese Tasche Geld bekommt. Und die ist wirklich super. Also die ist so viele Referenzen und die ist wirklich klasse. Dann gibt es noch eine Folge, die ich wirklich empfehlen möchte. Die Folge mit Smithers Liebhaber. Smithers bekommt nämlich in dieser Folge einen Freund. Irgendwie der Film mit Harry Styles, mein Policeman. Ja, nee, die Folge ist schon ein bisschen besser. Vor allem, weil die geschrieben ist von Johnny Lesapnik. Und den folge ich auf Twitter und der ist wirklich unfassbar witzig. Und der Vater ist auch schon Autor bei den Simpsons gewesen. Und diese Folge ist einfach herrlich queer, wirklich. Also wirklich im allerbesten Sinne. Da werden halt einfach wirklich so viele Insider aus der Szene ausgepackt. Und das ergibt auch total Sinn. Und ich finde, es funktioniert perfekt und wirkt nicht aufgesetzt, weil halt eben der Vater und der Sohn halt beide halt diese Folge geschrieben haben. Und dadurch fügt sich das auch eben in diese Welt der Simpsons mit ein. Und die beiden Folgen kann ich wirklich, also die drei Folgen kann ich wirklich empfehlen. Und ja, ansonsten kann man auch einen Bogen um die Staffel Simpsons machen. Also ja, okay, gut. Ja. Ich habe hier noch einen ganz kleinen Tipp für alle Leute, die Dinosaurier mögen. Also eigentlich alle Menschen. Auf Apple TV Plus gibt es Prehistoric Planet. Auf Deutsch, ein Planet vor unserer Zeit. Ist eine schöne kleine Dokuserie über Dinosaurier. Und zwar in verschiedenen Habitaten. Also Dinosaurier im Dschungel, Dinosaurier in der Wüste, Dinosaurier in der Arktis und sowas. Und super toll erzählt. Wirklich mit Voice-Over. Aber ohne Littlefoot. Ohne Littlefoot. David Attenborough macht das Voice-Over. Okay. Großartig. Sieht auch toll aus. Also die besten, also es sieht sehr viel besser aus als Jurassic World. Das ist ja schon traurig. Ja. Hat mir super viel Spaß gemacht. Man kann es schnell durchgucken und war auf jeden Fall, ist ein Blick wert auf jeden Fall. Ich mag das, dass es so einen Doku-Stil hat. Ja. Und nun sehen sie den T-Rex, wie er sich heranpirscht. Ja, so ein bisschen ist das. Okay, also so ein bisschen wie Panda-Gorilla und Co. Nee, aber es hat halt natürlich dadurch, dass sie das halt natürlich alles komplett aufziehen konnten. Natürlich von der Dramaturgie ist das halt ganz gut erzählt, sowas. Also es hat halt so Spannungsbögen auf jeden Fall. Aber es hat auch wirklich einen krassen Bildungsfaktor. Ja, ja, also es ist so auf dem aktuellsten Stand der Dinosaurier-Forschung. Okay, cool. Also haben die da auch Federn. Da kommen ja immer mal wieder neue Sachen, ne? Jetzt wurde doch auch ein neues Dinosaurier-Art entdeckt. Hab ich ja auch mal auf Instagram gesehen. Dinosaurier sollten gar nicht so gebrüllt haben. Und die sahen ja auch ganz anders aus, ne? Also Dinosaurier werden eigentlich mit jeder neuen Forschung, die rauskommt, uncooler. Oh, hast du das auch aus dem UFO-Podcast? Ja, ja, ja. Das ist ein ganz kurzer Shoutout. Nein, Dinosaurier, bleib cool. No matter. Ja, wissen wir nicht. Ja. Wissen wir auch cool ist. Wenn ich weg bin, ich weiß ja nicht, Jonas Rest ist auch cool und kommt jetzt hier wieder rein. Oh, oh, ja, okay. Guten Tag. Hallo, welcome back. Wir machen direkt weiter mit einer Serie, die wir alle drei gesehen haben. Und zwar auch so eine Überraschung, fand ich. Überraschung des Jahres. Ich finde, Disney Plus hat dieses Jahr einige Überraschungen irgendwie parat gehabt. Aber auch so klein sind die. Der war da drauf. The Dropout, das habe ich jetzt heute nicht genannt. Und? Pam und Tommy. Es geht um Pamela Anderson und Tommy Lee, beziehungsweise um ihr legendäres Sex-Tape. Ich weiß gar nicht, ob ihr alt genug seid, um das live miterlebt zu haben. Nein. Also ich habe gar keinen Fall. Also ich habe davon gehört. Ich habe davon gehört. Es war, also in den, wann war das? Welche sehr schreiben wir denn eigentlich nochmal? Ich glaube, irgendwas in den 90ern. Nein, nein, 90s. Nein, 90s. Nein, 90s. Da wurde auf einmal quasi ein Sex-Tape von den beiden geleakt. Und diese Serie erzählt in einer schon coolen Art und Weise, wie es dazu gekommen ist. Cool ist natürlich jetzt ein bisschen, naja, es geht halt immer noch um Diebstahl und Leaks und Veröffentlichung von intimen Sachen. Nicht ganz so cool, aber es ist, wow, diese Serie, wie die aussah auch. Ich war so überrascht. Also dieses Make-up ist grob, also wirklich, also Lily James sieht ja wirklich eins und eins aus wie Pamela Anderson mit diesem Make-up. Der Sebastian Stan ist auch großartig. Fand ich auch. Mein geheimer Star dieser Serie ist aber Seth Rogen, weil ich finde, ich finde, seine Figur ist wirklich die interessanteste von dieser Serie. Er ist nämlich der Handwerker, der von Tommy Lee beleidigt wurde und auch nicht richtig bezahlt wurde. Und der hat gedacht, komm, ich wich, nehm eins aus, klau den Trisor von ihm und da drin befindet sich das Sex-Tape, das er dann veröffentlicht. Und so in den frühen Zeiten des Internets und so, ja, was, Online-Porno, man kann das dann bestellen, was ist das denn? Also es ist so ein Eindruck, so ein Blick zurück tatsächlich. Ich musste auch wirklich an so, ja, wann habe ich mit dem Internet angefangen? 98, 99 rum? Ja, das waren damals nicht ganz so coole Zeiten. Ich mochte es aber auch total, wie Sebastian Stan, wie er ihn spielt, also wie er Tommy Lee spielt. Boah, ist so gut drin. Also einerseits halt so ein richtiges, riesiges Superstar-Arschloch und andererseits, man fühlt auch so ein bisschen mit ihm mit, was halt gerade mit ihm passiert und weil er halt auch mit seiner, seine Frau war das ja dann auch. Ja, die haben relativ schnell geheiratet, ja. Ja, was das halt auch für ihre Karriere bedeutet hat, dieses Sextape, dass er da halt auch komplett mitgefühlt hat. Na ja, so ganz mitgefühlt, also ich fand, er war ein bisschen dümmlich so dargestellt. Ja, er war schon, er war schon richtig drüber. Also ich habe keine Ahnung, wie Tommy Lee wirklich drauf ist, aber. Ich finde es aber halt cool, dass Sebastian Stan auch so Figuren spielen kann, ja. Ja, das ist wirklich eine gute Soldier. Und ein wiederkehrendes Element dieses Podcasts, ein Penis findet auch in dieser Serie statt, nämlich er unterhält sich mit seinem Penis. Ja, das ist super absurd. Aber ich fand auch, dass da tatsächlich auch so neben den ganzen Absurditäten, und das ist ja ein bisschen lustig sein, aber auch so ein bisschen Kritik geübt worden ist und das war am Set von Baywatch, wo man dann sieht so, dass so, da sitzen halt so drei, vier, keine Ahnung, Showrunner, Regisseur, Kameramann oder sonst irgendwas sitzen da und sagen halt Pamela Anderson, ja, mach das so und so, wir drehen nicht jetzt nochmal einen Slow-Momentstand. Ja, das ist halt schon so. Ja, Baywatch ist halt bekannt dafür, Frauen halt in knappen Bikinis in Slow-Mo. über den Strand laufen zu lassen, auch Männer, aber also eher, wenn du diesen Befehlston da hörst, dann denkst du so, ja, wow, das ist eine Objektifizierung, das ist schon krass. Ja, aber bei all dem Guten, was wir jetzt über diese Serie gesagt haben, muss man dann halt eben, diese Serie kritisiert ja das eben, aber man kann sie auch selbst kritisieren, weil sie haben das gegen den Willen von Pamela Anderson diese Serie gemacht. Pamela Anderson fand das nicht gut offensichtlich und auch zu Recht, weil es ist nochmal ein sehr dramatisch einschneidendes Erlebnis, glaube ich, für sie. Und ich fand, das ist dann halt so einen bitteren Beigeschmack noch so und ich finde es aber trotzdem irgendwie gut, wie es halt eben in diese Serie angegriffen wird, dieses Thema. Zum Beispiel wird halt eben, sagt Tommy Lee einmal in dieser Serie, ja, ich bin auch auf dem Tape drauf, mich betrifft das und Pamela Anderson sagt dann aber nicht so wie ich und das zeigt halt eben auch nochmal, für eine Frau ist das nochmal was komplett anderes und das ist immer noch was anderes. Thema, er wird ja auch in der Serie dafür gefeiert von ganz vielen Leuten, von Männern. Ja, das ist halt. Und du kannst dir ja sicher sein, dass sehr viele Leute nach diesem Sextape gesucht haben. Natürlich, also das kann ich mir, das kann ich mir vorstellen, wonach man aber auch hoffentlich gesucht hat dieses Jahr im Kino. Aber auch kritisch, 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 kritisch. The Woman King, ja, das ist auch ein kritischer Film, den, ja, dazu werden wir immer noch kommen, ne Jonas, aber der ist bei dir auf der Top 4 gelandet. Genau, ich hab den, ich glaub als der rauskam, hab ich den geschaut, du hast schon ein bisschen was über den, ähm, im Vorfeld geredet gehabt im Podcast und das hat mich sehr interessiert, weil du auch davon geschwärmt hast, auch von diesen Actionsequenzen und sowas und wenn man den Trailer guckt, dann denkt man ja, das sieht aus wie ein Spin-Off zu Black Panther. Wirklich. Weil es gibt ja auch eine Verbindung, weil diese Leibgarde von Black Panther, ähm, die, ähm, basiert auf diesem Kriegerin, genau, genau, das Ganze spielt, äh, in Afrika, in dem Stadt Dahomey und es gibt einen Stamm von Kriegerinnen und, äh, genau, die Agurie und, ähm, genau, die, ähm, kämpfen in dem Film ja quasi gegen die Sklaverei und das ist ja auch so einer der Kritikpunkte im Film, die man immer wieder hört, weil, ähm, historisch betrachtet haben die ja selber auch Sklaverei betrieben. Ja, ja, gut. Wenn man das dann mal kontextualisiert hat, finde ich, macht dieser Film auch trotzdem unfassbar viel Spaß. Das Ding ist halt, es wird halt so kritisiert, so, oh, und dann, dann guckt ihr aber bitte mal alle historisch angehauchten Filme mit vielen weißen Darstellern an, die sehr viel Beschönigung und sehr viel Sichtfreiheit auch nehmen, deswegen finde ich das so harsch zu kritisieren halt. Das ist halt wirklich ein ganz großes Bashing, weil dieser Film ist halt einfach wirklich krass dafür, dass es ein riesen, also es ist ein ausschließlich schwarzer Cast halt eben, außer ein paar Europäer, die halt eben dann in diesem Film noch mitkommen und auch wirklich dieser gesamte Cast, vor allem, äh, ich glaube, es war, es war doch Viola Davis. Viola Davis, die ist der Hammer. Die ist eine Wucht in dem Film. Also, die ist ja eigentlich in jedem Film eine Wucht, aber hier nochmal, weil sie hier auch wirklich kämpft, also auch körperlich kämpft. Ja, genau, und LaShana Lynch auch und alle, die da mitmachen, es ist wirklich super. Ja, ich finde, das ist ein richtig cooler, richtig cooler Blockbuster und auch gerade die Action-Sequenzen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass bei so einem geringen Budget das alles so fantastisch aussehen kann. Halt wirklich für so einen Mid-Budget-Film sieht das echt, echt, echt gut aus und auch hart, also wirklich, es gibt da ein paar, echt, echt auf die Fresse. Es gibt echt auf die Fresse. Mutale Szenen, ne? Also direkt schon zu Beginn. Ja, stimmt. Einer der ersten Szenen ist quasi auch schon so, es gibt auf die Fresse. Und der Film spielt ja auch ganz viel damit, ne, das sind ja alles weibliche Kriegerinnen und dass die halt auch Männern auf die Fresse geben, das ist ja auch so ein bisschen die Aussage des Films. Und das funktioniert perfekt. Ja. Brechen da viele Knochen also? Ah, ja. Da bricht eigentlich alles. Alles bricht. Wir kommen zu einem Film, den wir alle wieder gesehen haben und auch gut gerankt haben eigentlich, nämlich Bones and All. Wir haben eine Kritik dazu gemacht und auch, glaube ich, im letzten Podcast relativ ausführlich drüber gesprochen. Aber ich glaube, wir drei sind alle sehr begeistert von diesem Film. Ich glaube, wir sind alle im ganzen Team sehr begeistert. Haben wir alle gesehen? Einfach den habe ich noch nicht gesehen, ja. Sehr gut. Ja. Wo geht's denn? Ja. Ja, stimmt, dafür wird man ja, weiß ich nicht, darf man, darf man, eigentlich kann man es sagen. Es wird im Trailer erwähnt. In dem Film geht es um Kannibalismus. und eine Love-Story, die zwei, ja, Kannibalisten betrifft. Und... Kannibalisten. Kannibalen. Und dann die Kannibisten. Ihr Mensch jetzt, so lange ein Podcast macht was mit mir. Man muss sagen, das ist halt überlebensnotwendig für die, beziehungsweise meinen so großen Drang danach, Menschen zu essen. Richtig. Ja, und man trifft hier auch auf absurde Charaktere, auf unheimliche Charaktere und auf die, mit die schönsten Bilder im Kino dieses Jahr, fand ich, also was natürliche Bilder angeht. Total. Und ich finde es halt wirklich, also für mich, ich war anfangs einfach immer nur angefixt von diesem Punkt, Kannibalismus und Love-Story, also wie kann das funktionieren? Und dass dieser Kontrast wirklich so gut aufgeht und dass man wirklich mitfühlt, wirklich bei dieser Love-Story, die halt einfach wirklich, ja, eigentlich widerwärtige Menschen betrifft, fand ich super. Und die Ebenen, die Ebenen. Jeder kann sich was aus diesem Film rausziehen. Ja. Weil auch da Interpretationen... Womit mich der Film am Anfang gecatcht hat, war, dass er von Luca Guadagnino ist, der auch Suspiria gemacht hat. Und Call Me By Your Name. Und Call Me By Your Name. Genau. Und dass natürlich Timothee Chalamet, Timotay Chalamet, wie auch immer, dass er da mit spielt. Chalamet. Timo Chalamet. Obwohl ich finde, dass die Hauptdarstellerin Taylor Russell... Die soll man nicht unterstreichen. Ja, auf gar keinen Fall. Großartig. Ich finde, die ist das Beste an dem ganzen Film. Vor allem, wie sie diese emotionalen Momente schafft und dann halt aber auch wirklich diese kaltblüten, wo sie zum Beispiel am Anfang direkt auf dieser Übernachtungsparty ist und dann weide Sachen da passieren. Boah, ja, das auch. Ich weiß auch, ob du dich gar nicht informiert über diesen Film. Genau, ich wusste nicht. Ich hab mich extra gesagt, okay... Und dann kommt diese eine Szene und du bist so, oh ja, darum geht's also an diesem Film. Ich fand diese Tapes ganz toll. Also sie hört immer so Tapes in ihrem Vater an, das war ja immer ganz schön. Ja, das war ein schönes Element. Weil es auch so die... Man wollte ja das Nächste hören. Genau, es ist halt auch so, es spielt Ende der 80er und es hat halt diesen Vibe komplett. Also das fängt diese Zeit irgendwie richtig gut ein. Das ist auch ein schönes Roadtrip. Ja, es ist alles mittendrin. Ein Dual. Der Film ist von Riley Stearns und ich liebe Riley Stearns. Der hat sehr viele coole Kurzfilme gemacht, aber der hat auch zwei Langspielfilme gemacht, unter anderem Falls und den könnte man jetzt vielleicht so wie kennen, The Art of Self-Defense mit Jesse Eisenberg. Oh ja, den hab ich glaube ich vor einem Jahr gesehen oder so. Und der ist wirklich super, weil ich finde, der hat so einen richtig eigenen Stil. Der erzählt so kalte Atmosphären und auch die Figuren sind alle relativ kalt und emotionslos schon fast. Und ich finde, das passt irgendwie perfekt, wenn der dann halt eben so ernste Thematiken dann mit einbaut. Und jetzt in Duel geht es um Karen Gillan, die eine Frau spielt namens Sarah. Und sie bekommt eine Krankheit diagnostiziert und sie wird ja auch dann sterben. Also beschließt sie sich zu klonen, damit ihre Angehörigen nicht trauern müssen. Achso, okay. Ja genau, das ist das Logische, was man macht. Man beschließt sich zu klonen, damit ihre Angehörigen nicht trauern müssen und mit dem Verlust nicht konfrontiert werden. Und ihr Klon nimmt dann irgendwann ihren Platz ein, beziehungsweise soll den Platz dann einnehmen. Doch Surprise, die Diagnose, die war falsch und sie ist eigentlich kein gesund. Und jetzt ist das Problem, alle lieben ihren Klon und sogar mehr als sie selbst. Und das ist halt eben so diese Sache, in dieser Welt dürfen aber Klon und Original nicht beide zusammenleben. Deswegen werden für solche Szenarien immer Duelle veranstaltet, in denen der Klon gegen das Original kämpft. Wie witzig, dass ich dann auch gefragt habe, ob es Duel heißt oder Duel. Richtig, genau. Sie sah, du hast es voll weggegriffen. Aber wie kämpfen die? Sie muss sich halt eben auf dieses Duell vorbereiten. Also das ist ein Duell auf Leben und Tod. Ist das so American Gladiator mäßig oder ist das so mit Pistolen? Die haben so zwei Tische gegenübergestellt und da sind immer random Waffen drauf. Also es kann halt sein, dass da eine Pistole drauf ist, es kann sein, dass eine Axt drauf ist, es kann sein, dass da ein ... Weiß ich nicht drauf ist. Aber diese Tische stehen sich dann gegenüber und die können sich dann halt irgendwas davon schnappen und töten sich dann halt gegenseitig. Also ich finde, das klingt jetzt als Idee ziemlich gut, aber ich meine, es ist auf der Top-Liste. Ich meine, das kann auch schnell in die Hose gehen. Das ist einfach nur die Idee, interessant ist, aber die Ausführung nicht so. Das kann wirklich in die Hose gehen, aber ich finde, das ist halt eben, das zeigt, also hat eben auch nur diesen gesellschaftlichen Aspekt noch drin, so was macht uns Menschen eigentlich aus, was macht uns Menschen einzigartig? Und ich finde, das ist halt eben mit dieser Klonsache halt eben sehr interessant gemacht und auch eben dieses ... Also das Duell nimmt halt nicht alles ein, es baut alles auf dieses Duell hinauf. Aber es geht halt auch darum, dass sie sich vorbereitet und ihr Trainer wird gespielt von Aaron Paul. Also von einem sehr, sehr weirden Künstler, der auch irgendwie mit Waffen umgehen kann. Ist es eine Motage? Es gibt Motagen auch und es ist super. Also der Film ist wirklich, der ist so absurd, aber hat eine Ernsthaftigkeit und ich finde, das macht Roddy Stearns wirklich perfekt, so viel Humor und Ernsthaftigkeit miteinander zu verbinden. Der ist tragisch, der ist super und ich liebe den. Der ist super. Generell, Roddy Stearns Sachen kann man sich angucken. Den kann man übrigens nur bei Amazon kaufen, leider. Das ist das Problem. Aber ich finde, der ist es auf jeden Fall wert, dass man das mal macht. Cool. Ja. Dann verabschieden wir uns von Marius. Tschüss. Und Alper kommt wieder rein. Alper kommt wieder rein. Rutsch dir jetzt wieder rein. Wir können auch nicht rein. Wir machen es noch einmal. Du magst das Karussell, oder? Ja, klar. So. So. Ah. Wir können uns ja auch 10,5 Mal im Kreis drehen. Ja, auf jeden Fall. Denn wir haben Apollo 10,5 mitgebracht. Ja. Ein Film, der Lenny eigentlich ein bisschen hier zu Cinema Strikes Back gebracht hat. Absolut. Das war quasi deine Kritik, um dich bei uns vorzustellen. Der neueste Film von Richard Linklater. Genau. Der eigentlich nur so eine Kindheitserinnerung ist. Zurück an Ende der 60er, als er noch ein kleiner Junge war. Und die Mondlandung von Michael Collins, Buzz Aldrin und Neil Armstrong mitbekommen hat. Richtig. Wie er das durchlebt hat. Und ja, was ist dieser Film? Der Film hat auf jeden Fall die Academy ein bisschen in Verruf gebracht. Weil die Academy gesagt hat, ja, das ist alles mit echten Schauspielergeräten und so nachgezeichnet. Das können wir bei Animationsfilmen nicht annehmen. Pustekuchen, da waren über 70 oder 80 Prozent des Films normal, also animiert. Ja. Ja, was ist dieser Film? Also ich finde es auch komisch, das an solchen Standards festzumachen. Obwohl man halt, der Film ist ja ein Animationsfilm. Also, ne, dass das halt so ein komisches Regelwerk ist. Ja. Ja, also ich finde, also der Film ist von Richard Linklater und ich liebe Richard Linklater über alles. Er ist, naja, zählt auf jeden Fall zu meinen absoluten Lieblingsregisseuren. Und ich finde, ja, verbinde halt mit dem Film nochmal ein bisschen mehr, weil es ja auch mein Video war, mit dem ich mich hier beworben habe. Aber, was ich bei Linklater halt besonders liebe, ist, dass er oftmals keine richtige Geschichte erzählt, sondern mehr über Gefühle vermittelt und beziehungsweise Erinnerungen. Und ich finde, das macht er hier perfekt. Also er ist wirklich der König der Nostalgie. Und halt wie viele Details halt hier eben erzählt werden, so einfach wirklich Absurditäten aus dem Leben, auch wirklich Banalitäten, finde ich super. Ja. Ich fand es auch spannend, das spielt ja auch alles in den 60ern. Und das ist ja eigentlich so weit weg von uns und das sind eigentlich so eigene Sachen, aber dass man trotzdem so krass mitfühlen kann. Richtig. Bei diesen banalen Sachen, die er erlebt hat, dass man das trotzdem irgendwie für sich so ummünzen kann, damals, als ich da ein Eis geholt habe. Ja, so nostalgische Gefühle für die Kindheit sind einfach universell wahrscheinlich. Richtig. Also halt eben auch Familienkonstellationen und alles. Eigentlich ist die Geschichte des Films ja, dass dieser Junge, um den es geht, für, also de facto, die NASA baut eine Rakete, die zu klein gerät und deswegen brauchen die ein Kind für eine neue Mondmission, bevor es halt richtig mit Apollo 11 losgeht, das erste Mal. Und dann wird halt erzählt, dass dieser Junge der erste Mensch eigentlich auf dem Mond ist, aber von der NASA halt unter Verschluss gehalten wird. Das ist ja so diese Grundgeschichte. Aber ich finde, darum geht es herzlich wenig. Ja, also das ist halt, ich habe mir gedacht, das ist ja albern, wie wird das bitte erzählt? Und wie der Film das dann macht, ohne es zu spoilern, ist wirklich wahnsinnig süß und fantastisch. Das wäre auch ein süßer Film bei Stadt, Land, Fluss und Süßer Film. Aber das ist ja eine halbe, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und King Richard, wäre der auch süß? Nee, gar nicht. Ja, aber auch nicht nicht. Auch nicht nicht. Ja. Es geht um Richard Williams, den Vater der, sind das Zwillingen, die das sind Schwester, die eine ist älter als die andere. Venus Williams ist, glaube ich, die ältere Schwester. Und Selina Williams, die jüngere und, ich glaube, auch bei weitem erfolgreichere Tennisspielerin. Ähm, aber beides absolute, also die besten Tennisspielerinnen, die es wahrscheinlich jemals gab und vielleicht auch geben wird. Und es geht aber vielmehr um den Vater, King Richard. Richtig. Gespielt von Will Smith, der ja auch einen Oscar gewonnen hat für die Rolle. Genau. Ja, was ist dieser Film? Ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe eher die, eher negativere Meinung hier an diesem Tisch. Oh, spannend. Oder? Ich fand den großartig. Du fandst den großartig? Nee, da gehe ich nicht mit. Mit der echt gut gefallen. Ich war überrascht, wie gut ich den fand auch. Also das hat mich eben nicht angeholt. Ja, also ich fand, ich fand gewisse Aspekte auch wirklich sehr gut. Und halt eben auch, wie gezeigt wird, halt eben, dass so, ja, gesellschaftlich eher schlecht dastehende Menschen halt eben in diesem Tennissport halt eben Fuß gefasst haben. Und das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Auch eben zu zeigen, ja, wie sich der Vater dafür engagiert hat. Aber irgendwann war es mir einfach wirklich zu viel der Vater. Und zu wenig eben die beiden Schwestern, die ich mich eigentlich interessiert habe. Ja, verstehe ich. Wo ich dann halt eben zum Schluss gerne den Fokus drauf gehabt hätte. Es ging halt eben immer nur über den Vater. Und der soll ja auch in Wirklichkeit gar nicht so ein cooler Typ gewesen sein, was ich gehört habe. Und auch, das wollte ich eben noch gesagt haben, ihr habt bei Northman über einen geskripteten Furz gesprochen. Den gibt es auch in King Richard. Es gibt einen geskripteten Furz. Das weiß ich gar nicht mehr. Auch da sitzt an dem Tisch. Bei Northman hatte ich mehr den... Ich weiß noch mal, da hast du ihn gemerkt. Aber hier gibt es auch einen geskripteten Furz. Ich weiß es auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Da sitzen die irgendwie in irgendeinem Club und verhandeln da irgendwie was. Ich weiß es wieder. Und dann Furz, Will Smith, der Eimer und dann, ja. 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 Also für mich kam es schon ein bisschen rüber, dass er in dem Film, dass er jetzt nicht der allerbeste Saubermann ist. Ja, man kann drüber diskutieren auf jeden Fall. Ja, und ich fand, es war auch wenig Tennis, so ein Gefühl, so ein bisschen. Finde ich nicht so schlimm. Also für mich war es genau so, ich interessiere mich null für Tennis und ich finde immer, wenn es einen Film schafft, so irgendwas für mich so spannend zu inszenieren und mir das so erzählen, dass ich dran bleibe, ist das bei mir immer schon, dann finde ich den Film ziemlich gut. Ja. Ja, stimme ich zu. Ich kann das voll verstehen. Und ich fand ihn etwas langatmig. Ja. Nee, da bin ich deiner Meinung tatsächlich. Da bist du meine Meinung. Ja, ich fand ihn auch tatsächlich, bei mir hat er sich irgendwann abgenutzt im Laufe seiner Laufzeit. Ja, ich bin wahrscheinlich so die Mischung aus euch beiden. Ich fand aber auch Will Smith sehr interessant in dieser Rolle und sehr, sehr gut. Aber ja, für mich war es nicht wie für viele andere so der Film des Jahres oder sowas. Das war es bei mir auch nicht. Ganz im Gegensatz zu einer Serie, die wir, glaube ich, alle gut finden, hoffe ich zumindest, weil ich die persönlich sehr, sehr gut fand. Das hoffst du. Ah, ach so, nee. Ja, hoffen. Hoffnung. Es ist eine neue Hoffnung für Andor und Tales of the Jedi, sind eine neue Hoffnung für Disney+. Geschichten der Jedi war, fand ich eine fantastische Star-Haus-Serie. Wie seht ihr das? Also fantastisch würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, weil es ist eine Miniserie. Ja, sechs Folgen, ja. Also eine Mini-Mini-Mini-Mini-Serie, die halt eigentlich wirklich ganz, ganz auch kurze Folgen hat. Und es bewegt sich halt eben in der Clone Wars-Animationsstil und halt eben auch eben in dieser Geschichte, den du ja nicht magst. Es sieht definitiv besser aus als Star Wars Resistance. Sieht besser aus denn je, finde ich. Es sieht wirklich gut aus. Ich muss hier einfach noch kurz sagen, Resistance ist eine okaye Serie. Das finde ich gar nicht. Also ganz schrecklich. Die Alpha finde ich sie nicht, aber sie ist mindestens okay. Ja, aber ich finde es hier toll, wie bei Tales of the Jedi. Es gibt halt eben zwei Geschichten, die hier einmal erzählt werden. Einmal von Ahsoka und einmal von Count Dooku. Und ich finde es toll, wie das hier eben so ein bisschen eingefädelt wird, dass ja eben auch gewisse Sachen erklärt werden. Zum Beispiel in Episode 2, wo Obi-Wan sagt, dass die Archive nicht vollständig sind. Das ist ja auch ein Meme geworden und niemand wusste... Amino fehlt. Genau, genau. Und niemand wusste, woran liegt das jetzt eigentlich? Und Tales of the Jedi erklärt, warum das jetzt zum Beispiel so ist. Und das finde ich wirklich toll. Auch, dass halt eben viele kleine Details in dieser Serie drin sind. Zum Beispiel in dieser Ahsoka-Trainingssequenz sieht man Kanon Jarrus. Mhm, genau. Den jungen Kanon Jarrus. Rabbids, ja. Oder auch, dass Yaddle als Figur einfach ausgearbeitet wird. Und ich finde auch sie in Folge 4, das ist für mich, also diese Folge 4 hat mich so verzaubert. Das war für mich das beste Star Wars inklusive Andor, was ich seit Jahren gesehen habe. Also ich war völlig begeistert davon. Und die haben das geschafft, halt in sechs Folgen zu erzählen, diese jeweils drei Geschichten zu Ahsoka und Count Dooku. Die haben wirklich das Maximale aus diesen 20 Minuten jeweils rausgeholt, die die halt so lang sind. Und ich finde das schon beachtlich. Weil, ne, gerade wenn man sich durch sowas wie, ich musste mich durch Clone Wars durchkämpfen. Da passieren dann Folgen lang einfach, es ist in Sachen gewesen, wie genau das Volk ist. Es ist ein Seilspringen zwischen großartigen Folgen und, ja, Rock. Ich fand jetzt, hier gab es auch so eine, zum Beispiel die erste Folge mit Ahsoka. Die fand ich auch ein bisschen lame. Um Himmel zu den Bidig bei der, ja. Aber ich finde, sie haben es echt geschafft, das nochmal so, ne, diese sechs Folgen so runterzudampfen auf das Wesentliche. Ja, das stimmt. Was aber mit Yaddle gerade eben angesprochen ist, die wird ja auch von Bryce Dallas Howard gesprochen. Und ich finde es super, dass Yoda anscheinend ein absoluter Weirdo ist, der einfach nur, der einfach wirklich so spricht, wie er spricht, weil er einfach ein Weirdo ist. Und dachte, er liegt an der Spezies? Exakt, genau. Und jetzt ist Yoda. Yoda ist einfach ein absoluter Weirdo und das finde ich super. Auf jeden Fall. Ja, ein absoluter Weirdo. Weirdo ist auch Peacemaker. Ich habe ja in unserem Video zu den besten, ja, Serien des Jahres auch schon darüber gesprochen und ich habe in diesem Video gesagt, dass James Gunn der richtige Mann für DC ist. Ich weiß nicht, ob man das aktuell immer noch so sagen kann, ja, mit den aktuellen Entscheidungen, aber ich stehe da immer noch zu, weil ich The Suicide Squad wirklich liebe. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-DC-Filme überhaupt gewesen. Oder das ist so eine False-Flag-Operation von James Gunn und Henry Cavill wird doch Superman und der führt uns jetzt alle an der Nase. Oder James Gunn wurde von Marvel beauftragt, DC-Filme von innen heraus zu zerstören. Das ist halt wirklich so. Nein, aber was soll ich sagen, ich liebe The Suicide Squad und ich liebe Peacemaker in diesem Film. Und John Cena spielt auch wieder Peacemaker. John Cena spielt wieder Peacemaker und ich finde auch, John Cena ist der definitiv beste wrestlende Schauspieler, den wir aktuell haben. Nein, Dave Bautista habe ich kaum nicht vergessen, aber er ist definitiv besser als The Rock. Ja, ohne Frage. Was mit Hulk Hogan? Da kommt ja bald das Biopic mit Chris Hemsworth. Aber ja, Peacemaker, die Serie, die beruht jetzt auf dem gleichnamigen Antihelden und die zeigt halt, wie dieser Antiheld mit einer Taskforce eine Geheimoperation durchführen muss. Und sie müssen halt zusammen sogenannte Butterflies aufhalten. Und das sind Schmetterling-Aliens, die von Menschen Besitz ergreifen können. Und das ist es halt. Und ich finde, diese Serie ist so witzig. Die ist wirklich unfassbar witzig. Diese Gag-Dichte ist so hoch. Aber trotzdem ist es keine Blödelei. Also es hat wirklich so traurige, so schöne und emotionale Momente, weil halt eben auch die Figur von Peacemaker hinterfragt wird. Also er ist ja eigentlich ein rassistisches Arschloch. Aber es wird halt erklärt, warum er das ist. Und er selbst erkennt auch so, okay, ich bin halt eigentlich echt ein Weirdo und hinterfragt sich selbst. Und ich finde das toll, wie diese Figur halt eben, ja, eben aufgeschlüsselt wird. Und ja, ich mag John Cena einfach. Ich freue mich drauf, die zu gucken. Also wie ist es auf RTL Plus? Das ist ja nicht das Weirdeste an der Serie. Ja, total. Wenn die auf irgendeiner anderen Plattform wäre, hätte ich sie schon längst geguckt. Ich kann das versichern. Das hat aber auch lange gedauert, bis die war. Die lief ja im Januar schon. Und hier ist die halt erst so im September raus. Absolut, ja. Von daher. Ja, das waren eigentlich unsere 40 Filme und Serien, die wir dieses Jahr ziemlich cool fanden. Es gibt natürlich noch mehr. Wir haben jetzt noch ein paar Honorable Mentions im Schnelldurchlauf. Wir machen die im Schnelldurchlauf, wir nennen sie einfach, aber abwechselnd, jeder einen. Ich habe nämlich noch einen gestern ergänzt, den ich hier noch nicht drin hatte. Okay. Der zweite Part der vierten finalen Staffel von Attack on Titan. Das habe ich jetzt fertig geschaut. Okay. Großartige Serie. Jetzt machen wir es in alphabetischer Reihenfolge, einfach nacheinander lesen wir sie vor. Ja, genau. Also Attack on Titan. Alper? An einem schönen Morgen. Bodies, Bodies, Bodies. Die Discounter Staffel 2. Family Dinner. Glass Onion. Cleo. Licorice Pizza. Moonage Daydream. Murderbill. Prey. Raised by Wolves Staffel 2. She Said. The Staircase. The Stranger. The Unbearable Weight of Massive Talent. Top Gun Maverick. Vesper. X. Und Salava. Ja, das waren so noch Filme, zu denen wir sind wir heute leider nicht gekommen. Es schmerzt mir in der Seele, weil es sind echt ein paar großartige Sachen auch hier mit dabei. Aber danke für dieses Jahr. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind ja noch in 2022. Ja, Xenia und Marius kommt auch gerne noch mit ins Bild kommen. Ja, gerne. Und alle, die jetzt zuhören, ihr fühlt bestimmt, dass Xenia und Marius dabei sind. Schaut jetzt noch gerne weitere Videos an. Wir haben über ein paar der Filme schon gesprochen. Zum Beispiel schaut euch unsere 10 besten Filme 2022 an. Oder natürlich die 10 besten Serien 2022. Da haben wir auch ein bisschen drüber gequatscht und haben so eine richtige Reihenfolge. Was ist denn das Beste an Serien und Filmen dieses Jahr? Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören und sehen. Guten Rutsch. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao.